Musik The Day Before war der größte Hype und der größte Flop des Jahres 2023 und das weckt natürlich die Neugier der Arsgeier. Und deswegen haben wir tief im Schlamm von Jakutien gegraben, um herauszufinden, was zum Geier ist da schiefgelaufen. War es wirklich einfach nur Betrug mit Anlauf? Gab es vielleicht sogar mal ein nobles Ansinnen, ein nicht katastrophales Spiel zu entwickeln? Zwei Menschen haben sich unabhängig voneinander auf die Mission gemacht, das herauszufinden. Die Story ist immer nur absurder geworden. Bei GameStar haben wir nämlich einerseits unseren lieben Kollegen Martin Dietrich ausgesandt. Martin, grab dich mal rein. Und ihn haben wir jetzt hier. Martin, hallo. Hallöchen, Maurice. Schön, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Und du hast dann im Lauf deiner Recherche festgestellt, ich glaube, es war so, dass du von jemandem gehört hast, oder? Ich habe schon mal mit einem deutschen Journalisten gesprochen. Es war tatsächlich andersrum. Sebastian hatte mit jemandem gesprochen, mit dem ich dann schon mal vorher gesprochen hatte. Und so ist dann die Zusammenarbeit gekommen mit dem Tuch. Da gibt es ja noch jemanden, der auch dazu recherchiert. Und ich glaube, es war dann so, dass die GameStar und Game2 schon vorher mal so ein bisschen besprochen haben, dass eine Kooperation mal durchaus Sinn machen würde in Zukunft. Und tatsächlich war dann die Zukunft relativ schnell da und hat sich dann mit The Day Before aufgetan. Und dann haben wir das direkt dann auch angegangen. Manchmal ist die Zukunft schnell da. Ja, genau. Sebastian, dann bist du derjenige, der im Grunde verantwortlich ist dafür, die Verwirrungen hier aufzudecken. Sebastian von Game2 hat ebenfalls darüber recherchiert und berichtet. Sebastian, hallo. Hallöchen. Freut mich auch, hier zu sein. Ja, schön, dass du da bist. Okay, ich dachte, du wolltest jetzt gleich hören, wie es dazu gekommen ist, dass ich quasi dann mit Martin zusammengearbeitet habe. Wollte ich eigentlich auch. Ich war jetzt gerade umgekehrt, war ich gerade nicht sicher, setzt du schon an, es zu erzählen? Oder bist du so einer von diesen Podcast-Gästen, die sich bitten lassen? Die gibt es ja auch. Ich bin höflich. Ich lasse erst mal, weißt du, den Raum für den Moderator. Wir haben ja gerade schon geklärt, du hast die Macht. Du kannst dir jederzeit sagen, nee, ich drehe hier den Regler runter. Deshalb bin ich erst mal vorsichtig. Ich warte erst mal ab. Ich möchte nicht auf die Füße treten. Ach so, ach so. Nee, tatsächlich wollte ich gerade wiederum, weil ich auch höflich bin, noch mal eure Inhalte explizit bewerben. Äh, nämlich einerseits hat Game2 ein Video mit den Ergebnissen der Investigativ-Recherche veröffentlicht. Äh, Martin hat einen GameStar-Plus-Report veröffentlicht, wo er seine Ergebnisse darlegt. Und auch auf meinem YouTube-Kanal gibt's auch, wir haben aus allen, gibt's auch noch irgendwie, wir haben aus allen Rohren gefeuert, haben wir uns gedacht, und machen jetzt weiter, weil es halt so eine coole Aktion war. Aber dann fangen wir doch mal an damit. Genau. Martin, äh, erklär doch mal, erzähl doch mal, wie, wie, wie lief das bei dir? Wie, wie hast du rausgefunden, okay, da ist noch jemand und dann daraus eine Kooperation angeleiert? Ähm, genau, das war ... Nee, hab ich jetzt wieder Martin gesagt? Du hast wieder Martin gesagt. Warum? Ist einmal so, wenn sich so ein Narrativ auf einmal so eingeprägt hat, bei jemandem, das ist ganz schwer rauszubekommen. Ich glaube auch. Ich glaube, es ist wirklich, ich habe mir das irgendwann mal abgespeichert, und wie so ein alter Mensch, der auch nur noch die Partei wählt, die er halt immer gewählt hat, ist jetzt für mich immer Martin. Sebastian, korrigiere mich. Du bist Martin. Du musst jetzt sehr eindrucksvoll erzählen, wie das passiert ist und dabei sehr oft betonen, dass du nicht Martin bist, damit es in meinem Kopf Klick macht, dass es wirklich von dir ausgegangen ist und du hier den angemessenen Credit bekommst. Hallo, Maurice. Ich bin nicht Martin. Fangen wir damit an. Das ist gut und wichtig. Schnelle Thesee. Ja, aber so spannend ist die Geschichte vielleicht gar nicht. Wir haben bei Game Two im vergangenen Jahr, ich habe den Monat vergessen, aber wir haben irgendwann eine Reportage gebracht. Das war unsere erste Investigativ-Reportage, an der ich auch schon gearbeitet habe. Und zwar ging es da um der Herr der Ringe Gollum. Und dabei haben wir auch mit Heiko geredet, aber darauf hat sich sozusagen die Zusammenarbeit beschränkt in dem Fall. Aber darüber kam auf jeden Fall der Kontakt dann auch zustande. Und da sind wir dann so verblieben, hey, wenn es sich irgendwann mal ergibt, wir können auch mal zusammen eine Investigativ-Recherche machen oder zumindest zusammen kooperieren beim nächsten Thema. Ja, irgendwann wurden wir von unserem Auftraggeber entlassen, das klingt falsch, darauf angesetzt, die nächste Investigativ-Reportage anzustoßen. Vor allem jetzt habe ich halt so der Auftraggeber, so irgendeine Shady-Gestalt, die so im Schatten sitzt in irgendeinem Hinterzimmer. So ähnlich. Dreck ausgräbst. Und dann machen wir ein Angebot, das sie nicht ablehnen können. Ungefähr so war mein Kennenlernen mit dem Chef von ZDF Neo, der dabei noch so ein Whisky-Glas in der einen Hand geschwenkt hat und in der anderen eine Zigarre hatte. Genau so. Nein, natürlich nicht. Aber genau, der ZDF Neo sozusagen hat uns gesagt, ja, mach mal mehr. Ja, weil die das einfach gut fanden, dass wir uns auch dahin mal die Finger ausgestreckt haben. Ich musste vorhin nämlich so ein bisschen, da hattest du einmal kurz das Wort Investigativ-Journalist gesagt. Und ich bin kurz zusammengezuckt, weil eigentlich ist es ein wunderschöner Begriff. Gleichzeitig fühle ich mich auch immer so ein bisschen schlecht, wenn ich damit in Verbindung gebracht werde. Warum? Witzig ist nämlich im Zusammenhang mit Gollum auch, wir haben ein Interview, ich habe ein Interview geführt und ich musste der Person sagen, ja, sorry, ich habe mich ein bisschen verspätet, weil ich musste eben gerade noch aus einem Kostüm rausklettern. Ich glaube, ich war, keine Ahnung, irgendwann ein Fantasy-10-Charakter oder so was. Bei Game Two ist es schon ein bisschen, es ist ein sehr zwiespächtiger Job zwischen Investigativkram und halt dem Kram, was wir normalerweise machen. Das ist für uns einfach was Neues. Aber das ist es ja bei uns, ich hatte dieses Thema auch schon oft so ein bisschen, wie man sich selbst dann bezeichnet. Weil wir im Gaming-Bereich vor allem ist die Überschneidung zwischen so vielen verschiedenen Bereichen, Produkttester, Entertainer, Meinungsgeber und in dem Fall auch Investigativjournalist, die ist so fließend zum Teil und gar nicht so abgegrenzt, weil wir deswegen auch dieses dumme, nichtssagende Wort Content Creator, am Ende machen wir halt alle verschiedene Sachen, die sich irgendwie passend anfühlen und versuchen, ein eigenes Gesamtangebot zu erstellen. So auch du. Aber ich bin sicher, in dem Fall hat sich dann der Gesprächspartner sehr versichert gefühlt, dass du, ich weiß nicht, vielleicht auch tief im Gaming-Thema drin bist, wenn du schon in Gaming-Kostümen rumrennst. Die Seriosität, die hat er direkt begriffen. Die Überschneidung im Kostüm, so macht man das doch undercover für den Chat. Stimmt. Aber sprich weiter, es tut mir leid. Genau, ich wollte nur die Geschichte, weil ich bin jetzt nur ein bisschen sidetracked, aber genau, letztendlich war es dann einfach so, wir haben eh wegen dieser Gollum-Reportage gesprochen. The Day Before haben wir dann angefangen zu recherchieren und tatsächlich dann bei den ersten Quellen, die sich aufgetan haben, oder den ersten GesprächspartnerInnen, waren dann eben auch zumindest eine Person anfänglich dabei, die dann auch gesagt hat, hey, ich hab ja schon mit jemandem gesprochen, der zufälligerweise auch ein deutscher Videospieljournalist ist. Und da war ich so, okay, ja, kannst du vielleicht mir mal ein bisschen beteiligen. Konkurrenz. Nee, das ist ja das Schöne. Also, muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest auf unserer Seite kann ich ja sagen, dass wir in dem Sinne niemanden als Konkurrenz ansehen, sondern eher, in dem Moment hab ich mich gefreut und war so, hey, warte mal, wir können ja vielleicht dann wirklich zusammenarbeiten. Und genau so war's dann. Dann hab ich halt eben mit dem guten Peter von der GameStar geschrieben. Und dann direkt wurde ich an Martin weiter verwiesen, der schon an dem Thema dran war. Und von da aus ging's los. Fantastisch, ja. Also, wir fanden es auch sehr witzig irgendwie, dass dann so, ah, ist ja noch jemand dran. Und auch da, Martin, auch bei uns, bei dir wahrscheinlich auch so, ja, total selbstverständlich, dass man da cool was zusammen machen könnte, ne? Auf jeden Fall. Gerade bei so was Investigatives wird es sehr, sehr schnell, sehr, sehr komplex, weil man sehr viele Gesprächspartner im besten Fall natürlich hat und dann auch irgendwie sehr viele Themenfelder, die man irgendwie beackern will, sehr viele einzelne Punkte, über die man sprechen muss, ganz viele Fragen, die sich ja auftun. Gerade bei C-Day before gibt's ja super viele Punkte, wo man sich einfach fragt, wie ist das passiert? Und da ist ja jeder, der da auch im Thema drinsteckt, der auch nochmal mit anderen Leuten gesprochen hat, auch nochmal eine ähnliche Perspektive mit Brick-Gro, eine ganz andere von den Quellen, ist es total hilfreich, da dann irgendwie festzuzurren auf eine, auf die Punkte, die dann wirklich die wichtigen sind, wo man sagt, hier, ja, das ist die Story. Wie habt ihr denn angefangen? Ist ja dann, glaube ich, das ist wahrscheinlich die erste schwierige Frage. Okay, es ist jetzt ja auch ein nicht gut unbedingt erreichbares Studio. Also es gibt ja Studios, zu denen, ich würde mir zum Beispiel vorstellen, dass im Vergleich die Gollum-Recherche vielleicht erstmal naheliegendere Ansatzpunkte hatte, weil, okay, es ist ein deutsches Studio, deutsches Team, man hat vielleicht schon Kontakte und wenn nicht, gibt es zumindest auch sogar erste offizielle Kanäle, über die man da wahrscheinlich jetzt nicht direkt die wichtigen Infos bekommt, und aber man weiß vielleicht, wo man startet. Wo startet man bei einem obskuren Scam-Studio aus Jakuzien? Das fand ich auch immer auch am Anfang sehr, oder hatte ich sehr viel Angst darum gehabt, mich da richtig reinzustürzen, weil ich dann halt nicht weiß, gibt es Rückfragen oder kommt da Leute zurück? Wie reagieren die, wenn da jemand aus dem Westen solche Fragen stellt? Er fragt hier, willst du darüber was erzählen? Deswegen war ich auch, Peter hatte mich da auch von der GameStar gefragt, ob ich halt das Thema beackern möchte oder mich da mal reinschauen möchte. Da habe ich gesagt, ja, an sich super interessant, aber ich weiß halt echt nicht, ob ich da wirklich was finde, weil da die Leute nicht reagieren oder nicht so sagen, nee, mit dir will ich nicht sprechen, was ich auch absolut verstehen kann. Auch gerade, wenn man jetzt weiß, was mutmaßlich da passiert, ist noch so viel verständlicher, dass Leute sagen, nee, ich will mit diesem Kapitel abschließen. Und im Prinzip ist es dann aber so, dass ich einfach aus allen Rohren feuern muss, alle möglichen Kontakte erreichen muss, die man meistens, also ich nutze vor allen Dingen LinkedIn, ist tatsächlich immer eine gute Quelle, um einfach Leute zu finden, die dort gearbeitet haben bei Fantastic, dem Entwicklerstudio, als auch sowas wie Artstation, wo dann die 3D- und 2D-Artists ihr Portfolio präsentieren. Und da findet man halt auch Leute, die für The Day Before auch Dinge erstellt haben. Oder auch sowas wie Telegram. Das ist natürlich auch gerade in Russland auch ein großes Thema. Und wenn man da über einen Namen findet, dann ist man auch ganz schön bei Telegram und hat da jemanden sofort, wenn man da den Accountnamen oder so weiß. Und meistens ist es ja auch so, ein bisschen auch Schneeballprinzip. Wenn man eine Quelle hat oder zwei Quellen hat, da kann man immer auch fragen, hey, kennst du noch weitere Leute, die auch möglicherweise sprechen wollen würden mit mir? Oder nenn mir einfach nur einen Namen, wenn du das willst oder wenn du damit okay bist. Oder frag einfach bei deinem Freundeskreis rum, die auch an dem Spiel beteiligt waren. Und dann rappelt sich das so langsam auf. Und dann hat man auf einmal im besten Fall natürlich dann ein paar Rückmeldungen, die auch sagen, ja, ich will mit dir sprechen. Ich finde, im Fall von Fantastic war es zudem auch ein bisschen schwieriger, weil, also gerade jetzt, ich habe nur den Vergleich zu Gollum, weil das ja unsere erste Investigativ-Reportage war. Aber die weisen ja keine Credits aus. Also es gibt, glaube ich, bei The Wild Eight, also den vorigen Spielen vereinzelt, findest du eben Credits, wer an dem Spiel mitgewirkt hat. Aber bei The Day Before gibt es das halt nicht. Und das, finde ich, hat es gleich schon mal ein bisschen initialisiert. Ja, da muss man ja seine Mitarbeiter auch irgendwie grundlegend als Menschen wertschätzen, um Credits auszuweisen, nicht wahr? Ja, das ist wohl wahr. Ja, das ist auch eine große Schwierigkeit, da dann überhaupt nichts finden. Weil wenn man so einen Credits hat, das habe ich auch schon bei anderen Recherchen, dann war das dann einfach die größte Hilfe natürlich, dass man da einfach den Namen direkt hat und kann man danach suchen. Aber ich habe in meiner Erfahrung es natürlich auch so, wenn man natürlich als deutscher Journalist anfragt, dass man dann auch immer deutsche Leute hat, die man anfragt, ist das deutlich leichter natürlich als aus dem Ausland. Weil es war auch häufig so, dass die Leute gesagt haben, ja, können gerne darüber sprechen, aber ich kann nicht wirklich gut Englisch. Können wir das irgendwie anders machen? Können wir das gerne schriftlich erführen? Es gab ein paar auf jeden Fall Gespräche direkt über Telekommunikationsplattformen, wie jetzt Zoom zum Beispiel oder Discord. Aber nicht Kontinent vermutlich. Nicht Kontinent, da hatte ich leider keinen Zugang. Aber auch halt dann ein paar dann schriftlich, weil dann Leute sich halt wirklich nur schriftlich äußern wollten. Und manche auch, in meinem Fall auch dann nur auf, ich konnte auf Englisch die Fragen stellen, aber dann nur auf Russisch wurde geantwortet. Und ich habe das dann übersetzen lassen. Und das ist dann auch, das ist natürlich auch ungewöhnlich und da muss man sich auch bewusst sein, da kann auch was verloren gehen in dieser Übersetzung. Das muss man sich dann auch immer, das ist jetzt nicht eins zu eins, wenn man als Muttersprachler mit jemandem spricht. Da kann auch was verloren gehen. Da muss man vielleicht auch noch mal dreimal, viermal nachfragen, wenn man was nicht genau verstanden hat. Aber da muss man was undeutlich war. Und das ist auf jeden Fall eine große Schwierigkeit, die man auf jeden Fall immer im Hinterkopf behalten muss, dass man es hier auch nicht mit Muttersprachlern zu tun hat. Ich finde es auch schwierig. Entschuldigung, falls ich dir jetzt wieder den Rednerstab wegschnappe, auch dir, Maurice. Das ist absolut legitim. Also ich meine, das ist ja hier, je nachdem, man moderiert, je nachdem, wie, du bist ja selbst schon sehr medienerfahren. Du kannst auch einfach den Rednerstab dir nehmen. Ich muss dich ja gar nicht so moderieren. Aber wenn du zu dreist wirst, mache ich es trotzdem. Aber noch geht es. Noch geht es. Danach halte ich mich auch zurück wieder erst mal. Jetzt habe ich schon zu viel. Okay. Nee, aber was ich halt immer spannend finde bei diesen Sachen, und das lief auf jeden Fall bei Gollum und der Delic-Reportage leichter, denen hat halt Game Two schon was gesagt, meistens. Ja, das wollte ich gerade ansprechen, genau. Das ist natürlich im Ausland, dann in dem Fall viel auch eben Russland, natürlich was ganz anderes. Und dann musst du ja versuchen, Vertrauen aufzubauen, dass die Leute merken, okay, da ist jemand, dem kann ich vertrauen, den kann ich ernst nehmen, dem kann ich vielleicht auch Dinge erzählen, die sensibel sind. Und das ist, finde ich, so die größte, schwierigste Arbeit. Das ist so ein bisschen Süßholzraspeln. Du versuchst immer wieder Kontakt mit denen aufzunehmen. Das ist so der schmale Grad zwischen, ich gehe Leuten auf den Nerv, weil du musst halt meistens öfter nachhaken. Also ich hatte ein Interview, das auch offen geführt wurde mit diesem Volontier, mit einem der Freiwilligen. Das hat wahnsinnig lange gedauert. Also ich glaube, vom Anfang der Recherche, das war so mit mein erster Lied, den ich hatte, weil er in Reddit geschrieben hatte, habe ich ihn direkt angeschrieben und meinte, hey, lass doch mal vielleicht reden. Dann irgendwie über Discord geedit, dann haben wir da noch mal ein bisschen geschrieben. Aber jedes Mal wieder hat es irgendwie nicht geklappt. Und dann relativ kurz vor Ende, vor Abschluss der Recherche, hat es dann doch geklappt. Also man muss da wahnsinnig lange am Ball bleiben. Die Leute schon ein bisschen nerven, aber immer irgendwie nett und, ja, vorsichtig sein. Das ist sensibel, dieses Quellenauftun. Das wollte ich jetzt auch gerade noch fragen. Genau, einerseits muss man Vertrauen aufbauen, was dann eben ein dort bereits bekannter Journalist wahrscheinlich schon leichter hat. Auch wiederum im englischen Bereich gibt es ja auch schon Leute, die da etabliert sind. Und meine andere Frage wäre gewesen, wie redebereit schienen die, weil jetzt wissen wir ja, und wir kommen gleich zu den Ergebnissen, dass das Leute waren, die zum Teil echt blöd behandelt wurden. Waren die ein bisschen, okay, jetzt endlich kann ich es mal jemandem erzählen. Endlich können wir da mal ein bisschen was aufdecken. War es eher so, puh, ich weiß nicht, ob ich das erzählen möchte. Was war da so die Stimmung, auf die ihr getroffen seid mit euren Fragen? So ein bisschen alles, glaube ich, von dem, was du gerade beschrieben hast. Das ist, glaube ich, alles. Ich hatte auch wirklich Leute, die super motiviert immer noch waren, dann auch das aufzuklären, weil die auch selber so einen Gerechtigkeitsgedanken hatten, gesagt haben, das war, was hier passiert ist, was mir passiert ist, was anderen passiert, das finde ich nicht in Ordnung. Das muss die Welt sozusagen erfahren. Das ist natürlich das Beste, was einem passieren kann, weil man dann nicht mehr so viel Arbeit sozusagen hat, hier jemanden zu überzeugen, weil er schon von sich auskommt. Ich hatte auch eine Person, die hat tatsächlich von der Recherche erfahren und hat mich angeschrieben und hat gesagt, hier, ich weiß, das ist natürlich der absolut beste Fall, der passieren kann. Aber es gab auch gewisse Leute, die da wirklich ein bisschen gedauert hat, die dann auch sich, wo man gemerkt hat, zumindest aus meiner Perspektive, da ist noch so ein bisschen Schutzwall davor. Und die das sehr knapp alles beantwortet haben, die da sehr, sehr vorsichtig sind. Was man auch verstehen kann, gerade bei der Geschichte, die dort passiert ist, jetzt vertraue ich dort wieder jemandem, also einen Fremden. Und man weiß ja auch, was kommt am Ende raus, was macht der mit meiner Geschichte? Und manche wollten halt auch wirklich schriftlich bestätigt haben, dass ihr Name niemals auftaucht. Also wirklich auch so was Handfestes in der Hand haben, dass ich es den Namen niemals nenne. Aber dann ging es auch immer meistens. Aber es ist auch meistens so, dass man mehrere Gespräche führen muss. Und gerade wenn einem nochmal so eine Sache irgendwie auffällt, die irgendwie erst im zehnten Gespräch irgendwie fällt, wenn auf einmal kommt, hier, da gab es eine Person, die wurde irgendwie dafür bestraft, dass sie schlechte Arbeit bei der Synchronaufnahme gemacht hat. Und das wurde in den ganzen vorigen Gesprächen gar nicht erwähnt, dass es diese Fälle von Geldstrafen gab. Und wenn man dann nochmal zu einer Person zurückgeht, mit der man eigentlich schon gesprochen hat, wo man das Gefühl hatte, ja, okay, die hat eigentlich alles erzählt. Dann auf einmal geht es los. Dann auf einmal, oh ja, stimmt, das gab es ja auch noch. Und dann ist nochmal so ein Schwall an Informationen gekommen. Und deswegen ist das auch gerade so eine Arbeit, wo man immer ständig dranbleiben muss. Wo man sich nicht, wenn man ein oder zwei Gespräche geführt hat schon, dann ist das fertig oder so. Da kann immer noch wieder was auftauchen. Oder was man auch immer auf viel machen muss. Oder was auch sehr wichtig ist, dass wenn man so eine Information hat, gerade diese Anekdote von diesen 2000 Dollar, die da zwei Personen zahlen mussten, dass man das auch bei allen anderen Personen, mit denen man gesprochen hat, nochmal nachfragt. Hier hast du davon auch gehört. Kannst du das so bestätigen oder nicht? Was auch okay ist, wenn sie sagt, nee, davon habe ich nichts gehört. Und das ist aber, was, glaube ich, schon am Ende auch Vertrauen aufbaut und dann langsam auch diesen Schutzwall bei einigen dann auch brechen lässt. Und es gab natürlich auch einige, die recht tatsächlich, trotz alledem, was passiert ist, recht positiv auf die Zeit zurückgeschaut haben, weil die noch junge Leute sind, die scheiße gelaufen, ja, aber trotzdem eine mega coole Erfahrung. Und ich finde, die Gotovs-Siefs-Brüder sind keine guten Manager, aber sie sind keine Monster. Und ich bin denen auch super, super dankbar dafür. Und auch diese Perspektive ist okay, auch wenn man dann andere Leute hat, die ganz, ganz andere Worte finden für die Gotovs-Siefs-Brüder und da auch teilweise sehr unter die Gürtellinie manchmal gegangen sind. Aber was auch in dem Fall verständlich ist, wenn man da so drunter gelitten hat, aber das sind dann alles so unterschiedliche Emotionen, die man da entgegengeschlagen bekommt, auf jeden Fall, ja. Finde ich auch ganz interessant, weil gerade diese Emotionen, die da oft mitschwingen, man muss ja dann immer so ein bisschen filtern, wenn man letztendlich dann eben in deinem Fall den Bericht schreibt oder in meinem Fall dann das Skript für das Video, dass man sich halt von sowas aber auch nicht zu sehr färben lässt, weil wir gehen ja da ran, ohne wirklich zu wissen, was passiert ist. Das Bild ergibt sich dann in Gesprächen, in diesen ganzen, weiß ich nicht, Mail-Austauschen oder wie auch immer. Und es ist halt schon auch so ein interessanter Prozess, wie sich daraus dann eben die Ergebnisse herauskristallisieren. Und da, finde ich, hat auch die Zusammenarbeit noch mal richtig toll geholfen, dass man sich da ja auch austauschen konnte. Ich hab vielleicht Dinge gehört, dann bist du mit diesen Dingen noch mal zu deinen Quellen gegangen, hast da noch mal nachgefragt. Wiederum, du hast mir wieder Input gegeben, ich bin noch mal zu meinen Quellen gegangen. Also, es war so ein schönes Miteinander und das hat wirklich noch mal die Ergebnisse auch ein bisschen vorangebracht, dass man halt Dinge sich noch mal bestätigen lassen konnte, noch mal Details herauskristallisieren konnte. Und gerade jetzt im Vergleich zu der ersten Reportage, wo ich da dann doch relativ alleine war, ist es schon sehr schöne Abwechslung gewesen. Ja, das kann ich mir vorstellen. Wie war es denn erst mal, seid ihr mit einer gewissen Erwartung an die Story rangegangen, wo ihr dachtet, also nicht, was ihr hören wolltet, aber was ihr dachtet, das wird die Story. Ich decke auf, es war ein absurder Scam und dann merke ich, hier geht es eigentlich auch um ein Arbeitsrechtsthema im Grunde, womit ich gar nicht gerechnet habe. Also, womit habt ihr gerechnet und wie waren dann eure Reaktionen, als ihr die ersten Statements euch geholt habt? Also, ich glaube, so ungefähr hatte ich mir, also, ganz klein, das ist schon eher gedacht, dass es nicht direkt ein geplanter Scam war, sondern wirklich eher so in die Richtung zu ambitioniert und dann zu wenig Kenntnisse von so einer Großentwicklung wie jetzt so ein AAA-MMO-Zombie-Apokalypsenspiel einfach so zu entwickeln. Da habe ich mir schon, so war zumindest die Voreinstellung, man geht natürlich immer mit einer gewissen Vormeinung erstmal rein und man darf sich ja davon nicht zu sehr beeinflussen lassen, aber man hat natürlich, man kriegt irgendwas mit, man hat ja diese ganzen Verschiebungen und die Storys drumherum schon irgendwie mitbekommen und davon hat man natürlich schon so ein kleines Bild im Kopf gebaut, was könnte das sein? Und deswegen war das auch ungefähr zumindest meine Erwartung, dass das so in diese Richtung auf jeden Fall geht. Aber dass es natürlich dann solche krassen teilweise wirklich Arbeitsrechtssachen sind, wo da Leute wirklich krass drunter gelitten haben, das hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt erwartet, dass es dann halt auch wirklich, dass sich Leute auch vor westlichen Journalisten so äußern und dann auch wirklich Material schicken, internes Material, das auch nochmal bekräftigen. Deswegen, das hatte ich auf jeden Fall nicht erwartet. Aber zumindest so diese Vorahnung, dass es in Richtung eher Größenwahn geht, hatte ich schon. Mich würde da mal interessieren, wann gab es die Anfrage oder wann hattest du The Day Before im Hinterkopf als nächstes Recherchethema? Wann hast du das angefangen, mit dir rumzutragen? Also an sich hat es dann erst auf Peters Anfrage dann richtig gestartet. Weißt du, wann das war? Das war, glaube ich, so 18. Dezember. Ah, oh, okay. Oder 20. Dezember so ungefähr in dem Zeitraum. Weil ich hatte es auf jeden Fall davor schon gesagt, eigentlich ja, das wäre voll ein Thema dafür. Aber es kann auch immer passieren, gerade als freier Journalist, dass man dann schon mehrere Tage Arbeit darin reinsteckt und dann wird es einfach nichts. Das passiert immer mal wieder. Das ist ja auch an sich kein Problem. Aber es ist natürlich dann nochmal eine finanzielle Frage, ob man sowas dann machen will und ob das dann sein könnte, dass es einfach ins Leere geht. Oder dass man am Anfang irgendwie hat man drei, vier Quellen, die sich sofort äußern und dann versiegt es irgendwie. Und dann drei, vier Quellen ist ein bisschen wenig, um da wirklich eine Geschichte draus zu machen. Deswegen, das war dann zurück in dem Fall nicht so. Aber ja, das ist dann sozusagen, hat ungefähr so einen Monat, glaube ich, war dann die Recherche insgesamt, hat es dann schon in Anspruch genommen. Ich finde halt, bei The Day Before haben sich ja schon sehr viele Red Flags gezeigt im Laufe der Ankündigung vom ersten Trailer bis letztendlich zum Release. Und bei uns hat es auch schon vor Release angefangen. Ich weiß gar nicht, wann das Thema das erste Mal im Gespräch war. Lass es irgendwie November gewesen sein oder so. Aber alleine durch so was wie das Volunteering-Programm, diese kurzfristigen Verschiebungen und alles, was schon angekündigt wurde, man weiß oder ich war mir auch relativ sicher, dass da viele Dinge schieflaufen. Und ich wollte einfach wissen, was da genau passiert ist und was da der Plan war. Ja, das stellt man sich ja sehr oft von außen, die Frage. Genau, also vor allem auch die Frage nach dem Plan. Und da habt ihr ja auch dann ein bisschen rausgefunden, so war das, war eben der Plan wirklich von Anfang an Betrug? Oder eben, weil da sprachen ja doch auch Dinge dagegen. Haben sie ja sogar, bei aller Kritik, das muss man ihnen sogar einräumen, haben sie ausnahmsend mal recht in ihren Statements. Es gab ja keine Vorbestellungen. Es gab dann Steam-Refunds und sowas. Also ein Scam, der darauf abgezielt hätte, maximal den Leuten nur das Geld aus der Tasche zu ziehen, hätte dann doch bei aller Liebe anders aussehen können nochmal. Hätte natürlich auch ein inkompetenter Scam sein können. Aber weiß man ja nicht. Wir können ja mal genau ein bisschen dazu kommen, was ihr dann konkret rausgefunden habt. Was haben die Leute euch dann so erzählt? Und ein paar Sachen habt ihr schon angerissen. Mit eins der absurdesten ist wohl wirklich, dass da Leute Strafen zahlen mussten, wenn sie was verbockt haben wie eine Sprachaufnahme. Das heißt, es hat sich dann mehr und mehr, kam das direkt rausgesprudelt? Oder wie habt ihr dann mehr und mehr das Bild bekommen, okay, es geht hier wirklich darum, dass Mitarbeiter richtig scheiße behandelt wurden? Was waren die ersten Sachen, die ihr so gehört habt? Also da muss ich dazu sagen, es gab kurz nachdem, ich weiß gar nicht mehr genau wann, aber im Laufe unserer Recherche gab es dann eben auch schon einen Report von einer belarussischen Webseite, ixbt. Dem stellvertretenden Chefredakteur hatten wir auch bei uns im Video. Denen habe ich ein paar Fragen gestellt. Und die haben dort eben schon einen ersten Bericht gemacht, wo sie auch mit ehemaligen Mitarbeitenden gesprochen haben. Und das waren, glaube ich, auch 15 Quellen, auf die sie sich berufen haben. Und da hat sich auch schon herauskristallisiert, okay, die Arbeitsverhältnisse waren keine guten. Und das hat sich halt eben in den Gesprächen, die wir dann geführt haben, eigentlich nur noch bestätigt, beziehungsweise noch weiter zugespitzt. Eben auch solche Details wie diese Strafen, die da gezahlt wurden. Dadurch, finde ich, war man schon so ein bisschen drauf gefasst. Aber es hat sich wirklich in den Gesprächen auch superschnell gezeigt, dass dort eben einfach die Bedingungen nicht gut waren. Und gerade diese Strafen, finde ich, das ist so eine sehr große Sache, wo man eigentlich nur mit dem Kopf schüttelt. Also, ich weiß nicht, ob man sich das vorstellen kann. Aber wenn man im Gespräch ist mit jemandem, der ja sagt, ich war an diesem Spiel beteiligt, und dann plötzlich kommt so was, ganz ehrlich, mir verschlägt das auch immer noch die Sprache. Weil ich mir denke, das kann doch nicht sein. Und ich hab auch so das Gefühl, dass das für die halt ... Also, denen war schon bewusst, dass das natürlich nicht gut ist. Aber für die war das halt normal in dem Moment. Und da waren natürlich auch viele junge Mitarbeitende dabei, die vielleicht nicht wussten, also, die nicht wussten, dass das nicht gut ist und dass man das nicht so macht. Oder die halt einfach keine Alternative für sich gesehen haben. Und das, finde ich, ist halt so eine prekäre Situation, wo ich mir denke, boah. Und das müssen Leute wissen, so. Also, ich finde, das ist halt super. Also, man muss sich das mal vorstellen. Man sitzt da und arbeitet. Und wir haben ja auch erfahren, natürlich, dass da wahnsinnig viel Crunch mit im Spiel war, um dieses Spiel zu entwickeln. Und um wahrscheinlich auch die anderen Spiele des Studios zu entwickeln. Und du bist ein Teil davon. Du bist ein Teil in diesem Getriebe, das sich wahnsinnig einen abrackert, da irgendwie am Ende ein Spiel rauszubringen. Dann gibt es noch so was wie Strafen zahlen. Und da draußen weiß es keiner und macht sich aber über dein Spiel lustig. Natürlich auch gerechtfertigt, weil das Spiel natürlich überhaupt nicht dem entsprochen hat, was da stellenweise versprochen wurde. Aber du als einzelne Person, als kleines Zahnrad, kannst dafür halt nichts. Und das ist halt jedes Mal so was, wo ich mir denke, boah, ich weiß, es ist schwierig, Vertrauen zu Journalisten aufzubauen und zu sagen, okay, come on, ich erzähl dir jetzt wirklich alles und ich gebe dir auch Screenshots und Interna, damit du das gut belegen kannst. Aber es ist halt auch wahnsinnig wichtig, dass das passiert, weil das sind halt Arbeitsbedingungen. Nee. Und halt gerade, um die Leute halt zu schützen, die Teil davon waren, ohne etwas dafür zu können. Ja, also, ähm, hattet ihr den Eindruck, also, wie sehr hattet ihr dann den Eindruck, dass da waren wirklich Leute, die glaubwürdig ein gutes Spiel eigentlich machen wollten? Also, ich würde sagen, jeder. Ja, auf jeden Fall, ich würde so, ich würde auch sagen, dass die Gotovssevs ein gutes Spiel machen wollten. Okay. Also, das würde ich denen auch jetzt nicht, ich weiß es nicht, kann ich leider nicht in den Köpfen gucken und ich konnte mit denen leider auch nicht sprechen, auch wenn ich es versucht habe. Ähm, aber ich würde schon vermuten eigentlich, dass sie ein gutes Spiel machen wollten. Ich glaube, weil das anders, würdest du das auch nicht über dich ergehen lassen, sowas. Also, das ist ja diese Leidenschaft für, du kommst aus einer eher abgelegenen Region Russlands, hast nicht so viele jetzt Möglichkeiten unbedingt, du hast noch zusätzlich den Krieg in der Ukraine, der auch noch durchaus in unseren, also, meinen Gesprächen, der Gruppe bei Sebastian, glaube ich auch, durchaus auch eine Rolle gespielt hat, weil das natürlich auch nochmal die Möglichkeiten eingeschränkt hat für russische Entwickler und Entwicklerinnen. Und dass da jeder auf jeden Fall ein gutes Spiel machen wollte, würde ich auf jeden Fall sagen, das wollten die alle. Ähm, und, aber das ist dann einfach letztlich die, die Struktur hat das dann nicht ermöglicht, als auch einfach der Fakt, dass dann wirklich viel zu viele, äh, noch unerfahrene Leute auch dabei waren, die ja dafür natürlich nichts können, dass sie bisher noch nicht so ein großes Spiel entwickelt haben. Aber da sind so mehrere Faktoren dann einfach zusammengekommen. Aber das Gefühl, dass alle wirklich ein gutes Spiel machen wollten und sich da auch zum Großteil alle auch abgerackert haben oder eigentlich alle abgerackert haben, damit das auch was wird, das auf jeden Fall, also das Gefühl hatte ich auf jeden Fall bei allen sprechen. Was das ja irgendwie nur noch trauriger macht eigentlich. Weil, also, so blöd es klingt, hinter den Kulissen wäre irgendwie, ich weiß nicht, alle arbeiten zusammen, um einen lustigen Scam zu machen und machen sich ein schönes Leben, ist auch scheiße, aber irgendwie immer noch weniger schlimm, als, da werden junge Entwickler jahrelang ausgenutzt für so eine größenwahnsinnige Vision, die, die, die nie was hätte werden können. Ähm, und was, was glaubt ihr denn, woran es dann, also, was intern passiert ist, dass es dann so gescheitert ist? Also, wenn die Absicht da war, ähm, und leider, du hast es schon gesagt, mit den, mit den Gotofstaffs konkret, gab, gab es kein Gespräch. Die hätten da vielleicht noch mal interessante Dinge zu sagen gehabt. Aber, aber, was war dann der springende Punkt, wo das Ding auf Abwege gegangen ist und wo es auf Untergangskurs gegangen ist? Das war dann 2020, äh, wo dann diese erste Version von, von, äh, Day Before, war ja noch ein bisschen kleiner gedacht eigentlich, wirklich so als, äh, Fortsetzung von The Wild Eight, nochmal so ein kleines Survival-Spiel, aber dieses Mal aus der 3D-Perspektive, wo es auch ein, äh, Kältesystem gegeben hätte, was ein bisschen komplexer berechnet hätte, wie, wie kalt es, äh, an verschiedenen Körperstellen irgendwie geht. Das war irgendwie am Anfang geplant. Man sieht ja auch in einigen frühen Videos, dass es auch so eine Art Zerstörung gegeben hätte, also, äh, dass sie auch Gebäude hätten, wenn man da mit einem, mit einem Wagen oder so reinfährt, dass die dann sich irgendwie dann, äh, explodieren können. Ähm, das ist aber alles noch ein bisschen kleiner gedacht und das ist ja in der ländlichen Region. Und irgendwann, das hätte mich auch nochmal, das ist auch nochmal eine Lücke in der Recherche, warum sich die Gotofs jetzt dann entschieden haben, dieses eher kleinere Spiel dann so aufzublasen. Genau. Dass sie dann gesagt haben, ne, jetzt soll es auf einmal ein Triple-A-MMO-Riesenspiel werden, was wirklich die, äh, der feuchte Traum vieler Spieler und Spielerinnen ist. Ähm, sie sagen in einem Video, sagen sie, äh, wir haben uns irgendwie, wir wollten unsere Standards irgendwie, äh, heben. Äh, und es kam der Moment irgendwie, wo wir erkannt haben, wir können mehr oder so, aber das ist halt PR-Sprech irgendwie. Was ist da wirklich passiert? Weil die Spiele, die sie davor gemacht haben, die zeigen ja in Zügen auch schon diese Tendenzen, ähm, dass sie schnell etwas fallen lassen, wenn es nicht funktioniert, und dass sie sehr ambitioniert sind, aber nicht so krass wie The Day Before. Ähm, das war ja noch halbwegs irgendwie machbar, so ein Dead Dozen gerade, so ein Multiplayer-Shooter. Ähm, das ist ja irgendwie auch für ein kleines Team halbwegs irgendwie machbar, auch wenn es natürlich Multiplayer auch immer und online immer schwierig ist. Aber es ist ja noch irgendwie machbar. Aber warum dann so extrem das Überziehen, äh, und sich da wirklich mit den ganz, ganz, ganz großen Messen wollen? Ähm, das kann ich auch bis heute nicht, nicht hundertprozentig erklären, ob es dann wirklich einfach der Moment war. Vielleicht auch, man hat relativ viel Geld bekommen von Maitona, hat das Vertrauen gehabt, der Maitona-Brüder, die gesagt haben, Jo, wir unterstützen das. Ähm, und das war dann vielleicht das Zeichen, Jo, wir gehen hier einfach mal ins Volle. Das könnten, aber es ist bloß eine Vermutung. Sebastian, wie war, war das bei dir? Was war, welchen Vibe hast du so mit, mitbekommen, warum das passiert ist, dass sie wirklich so von einem Studio, das ja okaye Spiele durchaus machen konnte, die in der Lage waren, einen gewissen Erfolg zu erzielen, dann so krass gesagt haben, okay, nee, das reicht nicht, wir müssen jetzt richtig hart, äh, und was da die Beweggründe waren. Ja, es ist halt leider, wie Martin gesagt hat, also das ist etwas, wo uns die Guthoffzevs, äh, hätten den Einblick geben können, der uns fehlt, äh, weil da natürlich die Leute, mit denen wir gesprochen haben, ähm, eben nicht diesen Einblick geben konnten. Sie konnten nicht sagen, warum es so war, es war nur einfach so. Irgendwann kamen sie um die Ecke, meinten, nee, lass mal verwerfen, lass mal, äh, aufwendiger, krasser machen, und es gab ja noch eine Zwischenschritt-Version von diesem Spiel, also von dem, äh, Cartoon-Look hin zu ein bisschen realistischer, aber doch noch ein bisschen zurückgeschraubter, und nicht ganz so groß und umfangreich und AAA. Und dann gab's ja noch den weiteren Schritt eben zu der ersten Trailer-Version, die wir dann gesehen haben, und die ja auch dann seine Kreise gezogen hat. Ehrlich gesagt, ich kann's auch nicht sagen, weil das Geld von Maitona, vom Publisher, das gab es ja, äh, eben sehr früh, deshalb ist es überhaupt erst zu, zu den ersten Versionen von The Day Before gekommen. Es ist halt nur die Frage, ob da dann in Gesprächen sich vielleicht herauskristallisiert hat, okay, wir wollen mehr, wir wollen größer, wir wollen ... Jetzt, das Ziel war ja eben dieses AAA, was Maitona auch ausgerufen hat, und in den ersten Ankündigungen, die passiert sind, noch bevor es den ersten Trailer oder überhaupt Bilder gab, gab's eben diese Ankündigung, Maitona geht ins AAA-Business, und dafür haben sie sich Fantastic als Partner gesucht. Aber diese Zwischenschritte sind sehr schwer zu rekonstruieren gewesen mit den Gesprächen. Aber in dieser Pressemitteilung haben sie ja dann auch direkt, oder hat Fantastic dann auch bei der dann ersten richtigen Ankündigung, wir machen ein Survival-Spiel mit Maitona zusammen, auch gesagt, wir wollen das Survival-Genre revolutionieren. Und das steht jetzt schon seit Jahren still, da gibt's keine Entwicklung mehr, und wir wollen das ändern. Also irgendwie war da ja schon von Anfang an dann, diese Größen waren dann schon trotzdem irgendwie da, auch wenn diese erste Version das vielleicht noch nicht so gezeigt hat. Aber ich weiß nicht, ob das dann vielleicht so dieses Leitmotto war, was die dann so getrieben hat, dass sie gesagt haben, nee, diese erste oder diese zweite Version ist noch nicht ganz, das ist nicht die Revolution. Und unter einer Revolution machen wir es auch nicht. Du hast es auch in deinem Artikel so ein bisschen angerissen, Martin, dass potenziell auch eine Art Regionalstolz dahinter stehen könnte und auch eine gefühlte Verbundenheit der beiden Firmen, weil ja eben Maitona auch von zwei Brüdern gegründet wurde, viel Erfolg und Fantastic ebenso. Und beides Teil dieser Entwicklerszene in der Region Jakutien, die halt, wo man vielleicht irgendwie dachte, das ist jetzt der Jakutien-Dream, so von wegen, wir zeigen der Welt, so, ne, mit dem Geld von Maitona und hier und unseren Brüdern im Geiste quasi bei Fantastic zeigen wir allen, dass Jakutien mit den besten Game-Devs der Welt irgendwie mithalten kann. Könnte ich mir vorstellen, ein anderer Eindruck, der mir sich so sehr aufgelegt hat, als ich das auch gehört habe, was ihr herausgefunden habt, dass die in Person, also die Gotovs-Tiff, unglaublich charismatisch sein müssen oder könnten zumindest. Welche Vibes habt ihr so bekommen, als Leute von ihnen erzählt hatten? Das war ja auch interessant. Da gab es sehr widersprüchliche Aussagen, wie sie wahrgenommen wurden. Aber sie haben es ja offensichtlich geschafft, sowohl ihr Studio als auch ihren Publisher zu überzeugen, Leute, und die Welt ja auch, die waren ja auch in diesem Live-At-Fantastic-Video zu sehen, auch die Spielerschaft zu überzeugen, so, wir, wir schaffen das. Welches Bild hat sich euch von denen als Personen gezeichnet, jetzt in den Geschichten, die ihr über sie gehört habt? Also auf jeden Fall, glaube ich, Leute, die motivieren können, gerade zu Beginn der Entwicklung oder wenn man als neue Angestellter irgendwie zu Fantastic hinzukommt. Das haben viele so beschrieben, gerade weil es dann der erste große Job ist in der Branche und dass man dann Vorgesetzte hat, die dich wirklich pushen wollen und die wirklich dir sagen, wir machen ein richtig geiles, großes Spiel. Elon Musk wird dieses Spiel streamen später. Das finde ich immer noch so großartig. Schön, ja. Ja, und das kann, und das verfängt sich natürlich auch bei einigen. Das ist ja auch vollkommen okay, dass man sich so hochpusht und auch gerade, das ist natürlich auch ein bisschen auch von Nöten, wenn man das sowas umsetzen will und ist ja auch irgendwie auch schön, dass das so, das ist ja auch positiv erstmal nur zu bewerten, würde ich sagen, dass man dich so motivieren lassen kann, wo es natürlich, in dem Fall hätte man es realistischer halten lassen können und trotzdem motivieren können, aber gut, aber das konnten sie auf jeden Fall und konnten auf jeden Fall Eindruck schinden, glaube ich, bei den jungen Entwicklern und Entwicklerinnen, dass sie hier zeigen konnten, hier, wir können zusammen, schaffen wir das. Aber es ging relativ schnell, ging es auch immer schnell drüber, dass es dann auf einmal auch Leute gemerkt haben, das ist auch ein bisschen komisch, wie die hier sich immer wieder feiern lassen, wie die diese Motivationssprüche jeden Tag irgendwie, die man auch so ein bisschen im Spiel ja wiedererkennt, in den Ladebildschirmen sind ja auch so Motivationssprüche zu lesen, das sind teilweise solche Sprüche, haben auch die Angestellten tagtäglich gehört und dass es dann teilweise geklungen haben, so wirklich wie so ein Business-Motivationscoach, schon ähnlich und so ein bisschen sich so selber auch, sich wahrscheinlich auch selbst ein bisschen belügen. Das wäre zumindest auch so eine Vermutung von mir, dass sie, ich glaube, die Gotovs jetzt selber das auch geglaubt haben und sich selber das immer wieder auch einreden mussten, dass sie hier an einer Revolution arbeiten. Das hat teilweise abgefärbt auf die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, aber ab einem bestimmten Punkt in der Entwicklung, wo es dann eigentlich auch absehbar war, dass es nicht so funktioniert, wie man sich das vorgestellt hat, war es dann auch schnell, dass es dann sehr, ja, weiß ich nicht, dass es auf sehr viele Irritationen gesorgt hat, diese Motivationssprüche und dass man da wirklich nicht mehr wusste, mit was man da zu tun hat, gerade auch, wenn dann auch dann schnell die Peitsche auch rausgeholt wurde, nicht wortwörtlich, aber sozusagen in diesem... Ich meine, das hätte einen fast nicht mehr überrascht, aber... Ja, das haben wir zumindest nicht davon gehört, aber dass sie auch ganz schön ausschlagen konnten, wenn es ihnen eben nicht passt und dass es da eben nichts mehr mit dieser Motivation war und nichts von dieser Wesen, eine große Familie und wir sind alle Freiwillige, die hier sich aufgeben für diesen Traum, das ist dann schon auch wieder diese andere Seite der Medaille, deswegen ja, also total auch widersprüchlich wirklich, aber das hat auch wirklich ein paar Leute, die haben nicht gesprochen, auch so besprochen, das sind paradoxe Persönlichkeiten irgendwie. Okay. Ich finde, du hattest vorhin ein kurzes Video erwähnt, das wir hier da auch gefunden hatten, es gibt sowohl so einen Talk, wo er auf einer Bühne von einer Konferenz ist und einen Podcast und ich finde, das sind so die Momente, in denen ich zumindest so ein bisschen nachvollziehen konnte, ja, okay, die haben eben so ein gewisses Charisma, weil sie da halt sehr... Also, es war Eduard, es war nicht der andere Bruder, den habe ich so nicht gefunden, aber zumindest der Eduard Gotovcev, der da im Podcast auch noch war und da hat man halt auch gemerkt, so der hat eine sehr lockere, leichtgängige Art, hat seine Späße gemacht, hat sich selbst in den Gesprächen auch nicht so ernst genommen, also wenn du diese Hintergrund, das Hintergrundwissen nicht gehabt hättest, in dem Moment wäre ich halt auch so gewesen, ach ja, das scheint ja eigentlich ein ganz netter Typ zu sein, so das könnte ein netter Entwickler sein, aber ja, das trügt und das ist so das Einzige, finde ich, wo wir das so ein bisschen nachvollziehen konnten, glaube ich, eben dieses Charisma, weil sonst dadurch, dass wir nicht mit denen reden konnten. Und es wäre ja auch eine schöne Geschichte gewesen, so ein wirklich, so ein kleines Entwicklerstudium aus dem fernen Osten Russlands, die dann irgendwie die Gelegenheit bekommen, ein großes Spiel zu entwickeln und das ist dann sogar halbwegs ein Erfolg, ist sogar ganz gut oder sogar richtig gut. Das ist natürlich auch eine richtig gute Geschichte und ich kann auch verstehen, dass da Leute daran glauben wollen, mit dem, dass da jemand auch wirklich ist, der das sowas umsetzen kann. Und sie hatten ja mit ihren früheren Spielen auch ein kleines bisschen ja auch Erfolg und ist ja gerade für, ja, sehr kurz hierhin ja schon, glaube ich, ein Aushängeschild dann auch gewesen und deswegen hat man das wahrscheinlich oder haben einige Leute das auch sehr bereitwillig geglaubt. Ja. Ja, das allgemein, wir glauben gerne schöne Geschichten und im Gaming sind alle Seiten irgendwie dafür anfällig. Die Entwickler wollten das glauben, die Gotofskers, wie du sagst, wollten es vielleicht auch selbst glauben, die Spieler wollten es glauben, das ist ja auch ein Teil der Sache, dass die Red Flags wurden sehr viel auch in Berichterstattung, muss man ja auch so sagen, recht viel auch ignoriert und wäre doch geil, wenn es klappen würde. Und hinterher sind dann alle schlauer und wollen es immer gewusst haben. Für mich eine der größten Rätsel aber ist noch, dass sie es ja tatsächlich auch geschafft haben, andere Firmen gefühlt zu täuschen. Also MyTona allem voran. Da habt ihr auch mit Leuten geredet. Wie wurde das dort wahrgenommen? Wie kann das denn passieren, dass der Publisher da gar keine Ahnung hatte, dass da offenbar irgendwas nicht so läuft? Ich meine, oder war der Publisher in on the scam? Kann ja auch sein, dass es ein gemeinsamer Scam war, aber nach allem, was man so von außen sieht, muss MyTona eigentlich eine Menge Geld verloren haben bei diesem Projekt. Und man fragt sich, wie können sie denn davon profitiert haben, wenn alles refunded hat? Was war da euer Eindruck, was die Rolle von MyTona und die Wahrnehmung von Fantastic war in der ganzen Geschichte? Also ich finde, dazu muss man sagen, dass MyTona der schwierigere Part war, für mich zumindest, da Quellen aufzutun, weil dadurch, dass das Studio nicht geschlossen wurde, sind da natürlich viele Leute viel vorsichtiger sich einig zu öffnen. Das macht es ein bisschen schwieriger. Trotzdem haben wir, lass mich nicht lügen, ich glaube sieben Personen, mit sieben Personen uns austauschen können, da aber auch vorsichtige Einblicke bekommen, sag ich mal. Also da ist es nicht total ins Detail gegangen, das war auf Fantastic Seite auch ein bisschen ausführlicher. Aber tatsächlich scheint es so gewesen zu sein, dass MyTona selbst relativ wenig Einblick in dieses Projekt hat. Das Warum ist da wieder schwer zu beantworten, weil die Geschäftsführung leider nicht auf uns reagiert hat. Kann ich gar nicht verstehen. Nee, ich auch nicht. Ja, und deshalb ist es dann so ein bisschen schwer, wie das halt gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass der Erfolg, der Wishlisten-Erfolg, sag ich mal, von The Day Before, von den ersten Trailern, da wahrscheinlich sehr viel geholfen hat, dass dann MyTona gesagt hat, okay, da läuft's. Ach so, ja klar, macht mal. Die sind jetzt relativ hoch eingestiegen, das ist ein Selbstgänger. So kann ich's mir eigentlich nur erklären, weil zumindest von dem, was wir halt herausgefunden haben, ja, diese Brüderpaare, die haben schon eine weiter zurückführende Geschichte und dadurch, dass eben beide aus Jakutien stammen, ist da bestimmt auch so ein bisschen Lokalpatriotismus dabei. Aber das macht's so schwer zu sagen, okay, warum kam's zu dieser Hands-off-Mentalität? Aber es scheint so zu sein, mir wurde beispielsweise so was gesagt wie, ja, das sind ja, die wurden behandelt wie Genies, wir dürfen da gar keine Fragen stellen, wir dürfen gar nicht zu sehr reinblicken, die machen das schon, wir haben damit nichts zu schaffen. So war's wohl die meiste Zeit. Und das erklärt dann letztendlich, wie's so dann gekommen ist. Und dann so ein, also kurz vor Release war's ja dann zumindest noch so, dass Maitona anscheinend Spezialisten vorbeigeschickt hat, die sich die aktuellen Builds von The Day Before hätten anschauen sollen. Und da ist es dann aufgefallen, oh, warte mal, das Spiel ist ja noch gar nicht fertig. Und da hieß es dann in der Art, ja, okay, wir brauchen noch zwei Jahre, um daraus entweder ein richtig gutes Spiel zu machen, oder wir veröffentlichen's jetzt. Und ich glaube, da war schon wahrscheinlich so viel Geld in dieses tiefe schwarze Loch geworfen worden, dass Maitona sich anscheinend dazu entschieden hat, na ja, dann machen wir's jetzt, dann veröffentlichen wir's. Ja, also jetzt, wo du's aus der Warte sagst, find ich tatsächlich den, das ist sogar irgendwo nachvollziehbar, dass wenn du als Publisher da so ein gar nicht mal so erfahrenes Team anheuerst und gibst denen Geld für ein Triple-A-Spiel, oder hauen die einen Trailer raus, der als kleines russisches Studio die ganze Welt erobert und die Wishlist sind die höchsten auf Steam und so was, dass du als Publisher auch denkst, so, das sind ja wirklich Wunderkinder. Also, jetzt, wo du's so beschreibst, ist das gar nicht so absurd eigentlich, ne, weil der Erfolg hat ihm ja erst mal richtig hart recht gegeben. Eben, und pass auf, es gab ja auch noch Prop Night und Prop Night war auch recht erfolgreich bei Veröffentlichungen. Also, das hat ja auch funktioniert. Und da find ich eine Geschichte, die hat's jetzt auch bei mir nicht in den Beitrag geschafft. Ich spannend fand, ähm, dass ja Prop Night erfolgreich war und Maitona gerne eine Mobile-Version haben wollte. Maitona selbst ist ja ein Mobile-Publisher, ähm, und die meinten, hey, lass doch eine Mobile-Version machen. Und die wurde tatsächlich auch äh, relativ schnell nach der Ankündigung des eigentlichen Spiels eben auch hinterher geschoben, die Ankündigung, hey, wir machen auch noch eine Mobile-Version. Ähm, aber da war's wohl letztendlich so, und da waren die Aussagen dann wieder relativ dünn, aber dass, äh, da die Guthoffze sich halt wieder durchgesetzt haben und gesagt haben, ja, nee, die, die, die Kapazitäten, äh, haben wir nicht, da wollen wir jetzt nicht gerade rein investieren. Und da konnten sie sich wieder auch durchsetzen. Was halt auch wieder ein Zeichen dafür ist, was die für einen Stand hatten. Prop Night hat ihnen wahrscheinlich zusätzlich recht gegeben, und wenn die sagen, nee, geht nicht, dann, okay, dann kann auch der Geldgeber da nicht mehr reinpfuschen. Fand ich, äh, ganz interessant. Bizarrerweise wünscht man sich ja oft Publisher, die nicht zu sehr reinpfuschen, aber in dem Fall wär's vielleicht schön gewesen. Ähm, ebenso, und das fand ich, habt ihr dazu irgendwas gehört, ähm, auch Nvidia hat sich ja anscheinend täuschen lassen. Das find ich eigentlich noch eins der faszinierendsten Teile des Puzzles, dass es ja auf dem Nvidia-Kanal, nicht mal von, äh, von The Day Before, sondern im offiziellen Nvidia-Kanal gibt es RTX-On-Trailer zu dem Spiel, wo Raytracing und so was versprochen wird. Habt ihr da irgendwas mitbekommen, wie das passieren konnte? Ja, das ist auch noch so ein Puzzlestück, was uns tatsächlich auch fehlt. Ähm, wir hatten nachgefragt bei Nvidia, Sebastian hat angefragt, und dann hat er die Antwort bekommen, wir wollen uns nicht dazu äußern. Mhm. Ähm, was vielleicht ein kleines bisschen darauf hindeutet, es ist ihnen auch unangenehm, dass das so passiert ist. Ähm, Verständlich sogar irgendwo. Sehr verständlich, aber ich finde das auch, würde mich auch sehr interessieren, wie das passieren kann, dass da entweder so blauäugig war, nicht mal drei, vier mal nachzufragen, mal zu zeigen, schickt uns mal ein Bild, oder die Bild, die sie vielleicht gesehen haben, das einfach so geglaubt haben, weil es ist ja schon, wenn man sich ein bisschen in der Materie auskennt, dass man da sehr, sehr viele Fragezeichen hätte haben müssen, und ob man dann so ein Studio so groß promotet und dann halt eben dumm dasteht, wenn das passiert, was passiert ist, ähm, ja. Also das würde mich auch super interessieren, ähm, was da intern vorgegangen ist. Es gab wohl, glaube ich, nur die eine Sache, ich glaube, die ist jetzt nicht im Video drin oder als Zitat, ich glaube, das war so ein Gespräch von Sebastian dabei, dass sie bei einer Produktpräsentation zwischen Nvidia und Fantastic, dass da die Fantastic-Leute gesagt haben, wir müssten eigentlich, so ironisch gesprochen, wir müssten eigentlich Scharfschützen aufstellen, damit die Nvidia-Leute nicht irgendwo hingehen, wo sie nicht hingehen sollen, damit sie nicht sehen, dass das Spiel sofort auseinanderbricht. Ja, und quasi wirklich nur diesem Pfad entlang gehen, wo das Spiel halbwegs funktioniert. Aber ich habe mich trotzdem, hat das Nvidia nicht gesehen? Vor allem, weil ja jetzt, also nach dem, was man sonst immer so mitkriegt, Nvidia durchaus recht eng mit Entwicklern zusammenarbeitet und ja auch bei der Technik mitwirkt und ja natürlich Spieletechnik extrem gut versteht, ne? wäre wahrscheinlich besser als Nvidia. Ähm, und das ist interessant, sie haben auch die Trailer noch nicht offline genommen, es wird heute reingesucht, auch Kommentare so, ja Nvidia, ne? Schön gelaufen. Ähm, finde ich sehr faszinierend. Ähm, und dann hattest du auch noch aufgetan, dass sie angeblich, aber vielleicht haben sie auch so nichts, eine Netflix-Koop war auch noch im Gespräch, ne? Das war in einer der Chat-Nachrichten, die ich bekommen habe, ähm, da stand dann halt, einmal war dieser Ausschnitt, dass der Eduard, gut hoffst, dass jemand gefeuert hat, aufgrund fehlendem Willen, das war zum einen schon ein starkes Ding und dann darunter halt dann direkt die nächste Nachricht, ja, wir haben jetzt eine Netflix-Kooperation irgendwie an Land gezogen, ähm, für halt den Film Leave the World Behind, äh, der ist auch im Dezember erschienen, dieser Netflix-Film, das ist auch ein Post-Apokalypse-Film im weitesten Sinne, ähm, wie diese Kooperation hätte ablaufen sollen, aber so wie ich das verstehe aus dem Kontext, ist, dass es wohl, zumindest laut Eduard Guthoffs das so geplant war, dass es in der Stadt von The Day Before in diesem Fortune City Plakate gegeben hätte von Leave the World Behind, ähm, und so hätte Werbung machen sollen. Deswegen müsste das Spiel, auch weil es diese Kooperationen gibt, müsste das Spiel am 1. Dezember rauskommen. Und das war schon nochmal krass, weil dann das Spiel war ja auch kurzzeitig ja für den 1. Dezember angekündigt, bevor sie es nochmal verschoben haben, also das letzte Mal dann auf den 7. Dezember, ähm, was da dahinter steckt, ob das wirklich so gegeben hat oder ob irgendwie Eduard Guthoffs hat nur einen Netflix-Typen mal im Aufzug getroffen hat und irgendwie gesagt hat, jo, jo, wir melden uns mal bei dir, vielleicht können wir da was machen und er hat das sofort so wahrscheinlich, jo, da läuft was. Oder ob da wirklich was gegeben hat. Deswegen habe ich auch bei Netflix angefragt, es hat auch eine Weile gedauert, bevor ich dann eine Antwort bekommen habe und ich habe im Prinzip keine Antwort bekommen. Die Antwort war dann einfach nur, ja, dazu haben wir keine Information. Und das kann halt heißen, da war nichts oder da war was, aber wir wollen es denen nicht sagen. Ähm, und das würde mich auch nochmal sehr interessieren, ob sich da vielleicht auch eine Netflix-Person hat irgendwie brappen lassen oder sogar eine ganze Produktion, weil Leaves of the World Behind ist ja schon auch ein größerer Film jetzt gewesen, hat auch mit Ethan Hawke unter anderem auch ein paar Stars mitgespielt. Ähm, es scheint nicht unmöglich zu sein, dass es da vielleicht eine Kooperation hätte geben sollen oder es zumindest Gespräche gab. Wie weit die waren? Keine Ahnung. Aber das ist ja eh so ein Muster, das sich durch diese ganze Berichterstattung gezogen hat. Es gab sehr viele Versprechen anscheinend intern, also von, wir expandieren, nachdem das Spiel raus ist nach Amerika und ihr könnt da alle von da aus dann arbeiten zu dem Elon Musk Beispiel, das finde ich immer noch fantastisch. Das ist zu gut, ja. Er ist auch bekannt dafür, dass er so viel spielt, ja. Ja. Was wir auch noch gehört hatten, war, dass Epic Games Experten hätten dazukommen sollen und die Entwicklungen unterstützen hätten sollen, was aber auch nie passiert ist. Also es sind so sehr viele Sachen, die halt, ja, eigentlich, man weiß natürlich nicht, woher es kam, waren es einfach nur Luftschlösser oder irgendwas, was er dachte oder was die beiden dachten, was sie irgendwie möglich machen können. Es, ja, zeigt sich nur sehr oft, dass da sehr viel Wunschdenken, glaube ich, dabei war und sehr viele Versprechen im Raum standen. Ja, also ich meine, es ist, wie Martin sagt, es ist ja nicht undenkbar irgendwie, dass so erfolgreich, wie das Spiel ja erst mal im Internet war, dass da irgendwie, vielleicht war das mal geplant und da hat Netflix im Gegensatz zu manch anderer Firma doch ein bisschen genauer verfolgt, was da sonst so alles passiert ist mit, ach, jetzt der Trademark-Kram noch und, und okay, und Verschiebungen und sonst was und haben dann, im Gegensatz zu Nvidia zum Beispiel, gedacht, okay, Leute, ich glaube, das Spiel ist vielleicht doch nicht so geil, lass mal lieber nicht machen. Möglicherweise, oder er hat es sich einfach ausgedacht. Auf mich wirkt es auch sehr in dem Moment, weil es ja direkt unter dieser Kündigungsnachricht war, erst mal wen vor und dann direkt drunter was ballern, um die Moral wieder zu heben. Irgendwas ist ja auch, ist ja auch letztlich egal was, passt ja schon. Kann ich immer noch später sagen, ach, die Schweine bei Netflix wollten uns doch nicht schlimm, schlimm. Aber das Schlimme ist ja, dass die Kündigung selbst auch zur Motivation da war. Ja. Die dachten, dadurch schaffen sie es, dass die Leute sich mehr anstrengen. Zuckerbruch und Peitsche halt. Oder Peitsche und Peitsche. Ja. Aber ihr habt gemeint, ihr habt auch mit Leuten gesprochen, die irgendwie positiv auf die Zeit zurückblicken, trotz allem. Ja. Wie war das auch für eure Einordnung? Weil das ja auch so ein bisschen, man muss ja ein bisschen gucken, dass man da dann nicht, wir haben gerade mit den drei Leuten geredet, die blöd behandelt wurden, eigentlich war alles super. Wie habt ihr das interpretiert, dass dann manche trotzdem sagen, war doch gar nicht so schlimm. Und wie war das Verhältnis gefühlt? Also das Verhältnis war schon eher eindeutiger auf, ich habe sehr viele negative Erfahrungen gemacht, aber es gab auch auf jeden Fall einen Prozentsatz, die auch eher positive oder betont haben, dass es auch positive Erlebnisse gab. Und das muss man auf jeden Fall auch sehr ernst nehmen, glaube ich, weil man tendiert natürlich wahrscheinlich schnell darauf, dass man die Geschichte sofort einordnet und sagt, ja, das waren die schlimmsten Chefs, von denen man jemals gehört hat, gehört hat auf irgendeine Art und Weise und die haben einfach ihre Mitarbeiter misshandelt oder so. Und das war es im Prinzip und das ist die ganze Geschichte. Und das ist halt immer eigentlich, egal wie eindeutig eine Geschichte erscheint, es gibt immer auch diese Zwischentöne und immer auch diese anderen Leute, die eben aufgrund anderer Erlebnisse, eine andere Perspektive, ich muss auch dazu sagen, dass Fantastic eigentlich ein Remote-Studio war, dass alle Leute auch von zu Hause aus größtenteils gearbeitet haben. Das ist auch nochmal eine andere Art von Kommunikation, die dort stattfindet. Da gibt es dann vielleicht manche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die dann eben eher positive Erfahrungen gemacht haben oder auch positive Erfahrungen gemacht haben dabei. Und das muss man auf jeden Fall dann beachten, wenn man dann an einem Text sitzt oder an einem Video, glaube ich, dass man es nicht zu gehässig, zu böse, nicht zulässt, dass es nicht noch eine andere Meinung gibt. Ich meine, wenn jemand meinen Text liest oder Sebastians Video sich anschaut und sagt, hey, ich kann verstehen, warum die Gotofs vielleicht manchmal so gehandelt haben oder kleines Stückchen habe ich auch Empathie vielleicht dafür oder ich möchte sie nicht total verteufeln. Das ist auch okay. Also das ist ja auch eine absolut zulässige Interpretation der Sache. Aber wir haben, wie wir jetzt auch besprochen haben, ja auch viele Puzzlestücke, die wir nicht wissen, viele Lücken. Und die ergeben vielleicht dann, wenn man wirklich alles hätte, wenn wir in einer perfekten Welt leben, würden wir alles wissen. Dann würde es vielleicht auch noch mal ein bisschen was anderes geben. Dann würde es vielleicht noch ein bisschen zurechtrücken, warum die Gotofs so gehandelt haben. Deswegen, das ist auf jeden Fall, was man beachten muss. Und wenn dann solche Gespräche kommen, wo dann auch solche positiven Noten genannt werden, dann muss man da auch immer sehr, also finde ich auch immer sehr dem Gesprächspartner gegenüber fair sein und nicht sagen, hier, das kann nicht sein, weil ich habe ja fünfmal jetzt gehört, dass die so schlimm gewesen sein sollen. Was erzählst du mir da? Also das darf man ja auf keinen Fall machen, weil das ist ja eine absolut legitime Erfahrung, die da jemand gemacht hat. Das meinte ich auch vorhin mit diesen, du musst diese Emotionalität stellenweise ein bisschen filtern. Also du hast natürlich auch Leute, die wahnsinnig frustriert sind, die halt eben lange, lange und sehr, sehr viel da gearbeitet haben. Und da hat sich natürlich Frust und Wut angestaut. Und auch da musst du halt stellenweise so ein bisschen die Lagen abkratzen, damit du halt die Aussage findest, die, sag ich mal, sinnvoll ist. Also du kannst ja nicht eins zu eins irgendwelche Dinge übernehmen und da wurden stellenweise auch Worte in den Mund genommen, die ich nicht wiederholen möchte. Was man natürlich verstehen kann, wenn jemand dann frustriert ist, aber das hat halt in so einer Art Berichterstattung nichts zu suchen. Und genauso, finde ich, ist es halt eben, wenn du diese anderen Stimmen hast, du musst versuchen, eben diesen Mittelweg zu finden, der irgendwo dazwischen liegt, was das eine sowohl möglich macht, als auch das andere. Und was ich finde, was so ein Muster ist, was sich wiederholt, ist halt eben auch, das kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, wenn du halt ein Mitarbeitender oder eine Mitarbeitende bist in so einem Unternehmen und du wirst halt so gefordert, musst viel arbeiten, das schweißt auch mit dem Rest des Teams zusammen, weil du natürlich Gleichgesinnte da hast, die das Gleiche durchleiden. Und das ist, glaube ich, das, was ich am meisten positiv immer gehört habe, ist, dass eben dieses Teamgefühl dadurch dann sehr stark war und dass viele Leute ihre Kolleginnen sehr zu schätzen gewusst haben. Und was natürlich ein absolut legitimer Punkt ist, weshalb man sagt, ey, wenn ich jetzt zurückblicke, ja, es war anstrengend, ja, es war, ist nicht gut ausgegangen in dem Sinne, aber ich kann nur sagen, meine Kolleginnen waren super, die haben alles gegeben. Dieser Teil der Arbeit war toll. Das ist natürlich auch, was ein Stück weit auch das Bild verschieben kann, wie es war, weil natürlich dann, wir halten zusammen als Mitarbeitende gegen die Chefs da oben. Das ist natürlich auch eine Perspektive, die ich auch absolut nachvollziehen kann. Aber das verschiebt und verschiebt das Bild wahrscheinlich trotzdem ein bisschen, was man so erlebt hatte, auch gerade im Nachhinein und auch gerade, wenn das dann so schrecklich endet mit der eigenen Kündigung und dadurch, dass das Studio geschlossen wird, dass dann dieses Zusammenhaltsgefühl natürlich einen ganz, ganz starken Effekt darauf hat, wie man diese Zeit wahrnimmt und wie man auch die Chefs wahrnimmt, dass sie dann eben dann solche Tyrannen waren oder gewesen sein sollen. Deswegen, das muss man dann auch immer im Hinterkopf behalten, auf jeden Fall, dass man da halt dann eben nicht zu gehässig wird irgendwie. Das war nämlich auch ein Gedanke, den ich noch so ein bisschen hatte. So, wie weit ist es denn, also ich glaube, es gibt zu viele Aussagen, die zu absurd sind und wir haben ja sogar Chatbelege und sowas, aber wie weit ist es so ähnlich, dadurch, dass wir halt nur mit der Mitarbeiterseite gesprochen haben und auch vielleicht aus rationalem Eigeninteresse, die Mitarbeitenden haben ja jetzt die Herausforderung oder da seid ihr auch drauf eingegangen, jetzt mit dem im Lebenslauf noch mal weiter in der Gamesbranche zu arbeiten, wie weit das vielleicht auch ein Versuch sein könnte, Leute, wenn wir alles auf die Chefs schieben, dann kommen wir vielleicht da irgendwie noch einigermaßen gut bei raus aus der ganzen Geschichte. Auf jeden Fall ist sehr gut möglich, dass das da einen Effekt drauf hatte. Es ist ja leider auch der Punkt, dass wir dann einfach die Stimme von den Gut Tovcev und den Maitona-Brüdern eben nicht haben, dass es da diese Perspektive auf jeden Fall fehlt, aber wie du schon gesagt hast, wir hatten so viele Belege dafür, dass es da eine Geschichte gibt, die es zu erzählen wert ist und man eben auch nicht stehen lassen kann, wie es halt größtenteils im Internet noch war, dass es halt ein Scam war, größtenteils alles sozusagen und die auch alle Entwickler und so ganz furchtbar sind und die haben das zu verantworten, dass man das auf jeden Fall nicht die ganze Geschichte ist und dass es da noch viel Kontextinformationen gibt dazu. Aber ja, das ist so ein bisschen natürlich das, was man im Hinterkopf behalten muss. Deswegen ist es selbst, egal wie investigativ man dann irgendwie arbeitet oder ein Bild davon hat oder wie viel Arbeit man da reinsteckt, dass man nicht ganz 100% nicht zur Wahrheit kommen kann oder nicht die komplette Wahrheit irgendwie so Es gibt ja vielleicht auch keine. Es gibt es wahrscheinlich auch nicht. Das Harte ist ja auch, es gibt ja am Ende nur Sichtweisen verschiedener Menschen. Aber ich finde auch an dem Statement von Fantastic, was die ja noch mal vor unserer Veröffentlichung noch mal auskommen haben. Das wollte ich auch gerade ansprechen. Das spricht Bände. Ja, aber sprich was ja. Das ist dann glaube ich auch noch mal eine gute Beschädigung dafür, weil das kann ja eigentlich nur von den Brüdern gewesen sein, die das verfasst haben. Oder die haben es auf jeden Fall abgesegnet. So oder so. Da sieht man ja noch mal, wie verblendet sie dann doch gewesen sein müssen, weil du kannst kein Statement so raus, wo du sagst, nee, das Spiel war doch wie die Trailer. Und Dr. Disrespect hat doch das Spiel ganz gut gefunden. Also er hat eigentlich nur gesagt, dass glaube ich ein 4 oder 5 von 10 ist für ihn. Und das ist quasi die beste Meinung, die sie gefunden haben zu diesem Spiel. Und das zeigt ja schon, dass sie das schon ein Stück weit in einer anderen Realität gelebt haben und Dinge ganz, ganz, ganz anders einschätzen, als wie wir das tun würden oder wie es die Mitarbeitenden zu tun haben. Und das hat schon auch noch mal, glaube ich, sehr bestätigt, dass ja, da ist schon ganz schön was schief gelaufen und die Meinungen der Mitarbeitenden, da ist auf jeden Fall viel dran. Und vor allem auch, dass es auch im Nachgang, zumindest in der Chefetage, keine Reue gibt und keine Einsicht. Ich meine, die könnten das sagen können, war scheiße von uns. Ja, ich meine, sie haben Shit Happens, haben sie gesagt. Das war ja eine Statement als, ja, Mist, Spiel ist jetzt komplett gefloppt, passiert. Aber dass dann zwei Monate später, jetzt vor kurzem noch mal, dann dieser Twitter-Post kam, der dreimal, glaube ich, gelöscht und neu gepostet wurde, weil immer jemand in eine Community-Note rein ergänzt hat. Leute, das Spiel war scheiße. Und sie haben es immer wieder probiert mit so einem Statement, wo sie auch gesagt haben, es waren böse Hassblogger, die Geld verdienen wollten, und die das Spiel so schlecht geredet haben und alles andere. Also Leute wie wir, die möglicherweise auch so ein bisschen, könnte ich mir vorstellen, eine präventive Reaktion darauf, dass ihnen doch irgendwie zu Ohren gekommen ist. Da hat jemand mit deutschen Journalisten noch mal geredet. Da kommt vielleicht bald was. Weil das Statement kam ja auch ein bisschen aus dem Nichts, so gefühlt. Das Studio ist schon weg, das Spiel ist weg, eigentlich spricht niemand mehr wirklich drüber. Plötzlich kommt noch mal so ein Statement zwei, drei Tage, bevor eure Reportage rauskommt. Also ich muss nur sagen, ich bin sehr gespannt. Also mich hat es sehr überrascht, dass es dieses Statement dann noch gab. Ja. Also auch was war der Beweggrund? Also was wollten sie damit? Was aber interessant ist, ist, dass eine meiner Quellen mir an dem Tag dann auch geschrieben hat, meinte, hey, hast du das gesehen? Die haben dann ein Statement veröffentlicht. Und zwar wurde mir gesagt, dass sie tatsächlich wohl auch wieder mit Journalisten reden, im Hintergrund die Gotovcevs vereinzelt. Und ich war halt auch gleich mit dem Moment. Ja, genau. Ich habe direkt danach auch unter Twitter noch geschrieben, so hey, wenn ihr reden wollt, hit me up. Aber kam leider nichts. Mal gucken, ob da noch was passiert. Also das würde, das wäre natürlich krass. Also wenn es jetzt noch mal doch ein Interview geben würde und da noch mal Statements von den Gotovcevs reinkommen. Ich halte das Popcorn bereit. Also ich meine, also vor allem, wenn sie in dem Tenor weitermachen, den dieses Statement gegeben hat, dann wird es vielleicht nicht unbedingt Licht ins Dunkel bringen, aber gutes Popcorn-Kino sein. Gerade wenn es jetzt auch noch mal ein neues Studio oder Fantastic dann doch irgendwie weitergeht und sie sich jetzt wieder auf Mobile-Spiele konzentrieren wollen, wie wir das dann auch gehört haben von einigen Quellen, dass es da auch schon wieder Rekrutierungsversuche es gegeben hat im Hintergrund, dass sie jetzt schon an ihrer Comeback-Story sozusagen arbeiten. Das war mit dieser wie vor, das war jetzt gar nicht so schlimm. Ja, war vielleicht ein bisschen, ein paar Bugs und so und zum Release nicht so gut gelaufen, aber hey, ihr könnt's. Wir schreiben die Realität jetzt noch mal neu. Ich meine, das beobachtet man ja in sämtlichen gesellschaftlichen Bereichen, dass man sich dann die Realität zurechtbiegt, bis es dann halt passt, einigermaßen, und sich da auch jeden Fitzel rausnimmt. Ich meine, man könnte auch sagen, es gibt natürlich auch im Internet Blogger oder halt Content Creator, die natürlich auch davon sehr profitiert haben, dass das Spiel nicht gut war, weil das ist natürlich so ein Anti-Hype-Train, der funktioniert natürlich auch. Ja, also ich würde es auch gar nicht in Abrede stellen, dass die God of Seth auch durchaus negativ davon beeinflusst wurden, dass es so ein Anti-Hype-Train gegeben hat und dass sie auch, dass es durchaus Content Creator gab, die sehr davon profitiert haben, dass das Spiel nicht gut war, weil damit lässt sie natürlich gute Videos machen, wenn man sich so einen Unfall anschaut, so ein Spiel sich anschaut, was einfach nicht funktioniert und man das von Anfang an schon so gesagt hat, das wird nichts. Das ist ja irgendwie auch wie so ein Lagerfeuer, wo man sich hinzukommt und sich dann gegenseitig angucken kann, ja guck mal, wie furchtbar dieses Spiel dann doch ist. Das hat durchaus auch eine Rolle gespielt, denke ich, aber man sieht es ja durch alle gesellschaftlichen Schichten, glaube ich, dass es da eine Tendenz gibt, sich in der Realität zurechtzubiegen, bis es passt, wenn man an der Comeback-Story vielleicht gerade arbeitet, wie die God of Seths das jetzt vielleicht machen wollen, wenn sie ein Mobile-Spiel rausbringen wollen. Deswegen kann das durchaus sein, dass sie da weiter an ihrer Geschichte arbeiten und an ihrer Comeback-Story. Ja, also absolut muss man das, wie du sagst, zustimmen, dass es gut Klicks machen kann, dann so ein Desaster mitzuverfolgen. Gleichzeitig können sie sich, finde ich, umgehend, aber auch nicht über mangelnden, positiven Hype beschweren. Also das ist ja, es gab ja wirklich auch mehr als genug Leute im Vorfeld, die glauben wollten und es auch entsprechend befeuert haben und dann wirkt schon sehr, wie irgendwie auf allem auch, was sie zu glauben, zu erreichen mit so einem Statement. Also die Fakten sind ja da. Also was denken sie denn, wer ihnen diesen Tweet noch abkauft jetzt? Was denkt ihr denn von dem Bild, das ihr so bekommt, was ist der Plan? Was passiert jetzt? Es gibt ja verschiedenste Sachen. Erst soll es geschlossen werden, dann deutet dieses Statement, das Neue, das jetzt witzigerweise auf der Website prangt, über der Meldung, die noch durch Schließung verkündet, steht so, folgt uns aber auf Social Media, es kommt vielleicht bald wieder was. Und ihr habt so ein bisschen rausgehört, okay, doch vielleicht neues Studio, Mobile, was glaubt ihr, wie geht's weiter? Also das war auf jeden Fall unser letzter Stand, den wir in den Gesprächen gehört haben, dass relativ zeitig nach dieser Schließung schon gleich ein kleiner Rekrutierungsprozess unter den ehemaligen Angestellten stattgefunden hat, dass die Gotovcev-Brüder gesagt haben, hey, wir starten hier das nächste Projekt, das wird ein Mobile-Spiel und habt ihr nicht Lust, mitzukommen? Und da hat es wohl vereinzelt eben auch Leute gegeben, die mitgegangen sind, eben wahrscheinlich aus Ermangelungen an Alternativen, dass es eben nicht viel andere Games-Unternehmen gibt im Umfeld, dass sie da mitgegangen sind. Und das war eigentlich der letzte Stand, durcheinandergebracht hat es dieses Statement, was wirkt wie, okay, vielleicht halten wir doch an der Marke Fantastic fest, was aber auch irgendwie gar keinen Sinn macht. Also ich hätte wirklich fest damit gerechnet, die tauchen unter, vielleicht hört man in zwei Jahren noch mal irgendwo vereinzelt was von diesen beiden Brüdern, aber dass wir niemals erfahren werden, welches Mobile-Spiel das ist, weil das eben unter einem anderen Namen und ohne dass man das mit den Gotovcevs in Verbindung bringen kann, veröffentlicht wird. Das war mein fester Stand. Also, dass das jetzt passiert ist, ist wild. Keine Ahnung. Ja, das wirft alle rationalen Prognosen aus dem Fenster, die man sich als seriöse Journalist zurechtgelegt hatte, was in einer glaubwürdigen Welt passieren. Also, wenn wir ein Drehbuch hätten für unser Universum, in einem glaubwürdig geschriebenen Drehbuch, was passieren würde. Ja, ich bin, das würde halt tatsächlich wieder ein bisschen so der Story Glaubwürdigkeit verleihen, dass sie doch trotz allem irgendwie überzeugt waren, sie machen eigentlich was Geiles. Also, ein Festhalten an der Marke Fantastic, woher könnte das kommen, außer wenn sie doch irgendwie im Herzen geglaubt haben, wir haben hier mit Fantastic was Geiles, wir bauen hier was auch und wir wollen das jetzt noch nicht aufgeben. Sie haben ja auch mal, glaube ich, in ihrem Sape noch sehr betont, dass es da Leute gibt, die da schon an Mods gearbeitet haben am Spiel und dass das jetzt auch schon für mehrere hunderte Euro irgendwie man sich wiederholen kann oder irgendeine Version von The Day Before irgendwie auch im Internet zirkuliert, wo man das noch spielen kann. Also irgendwie da doch sehr überzeugt sind von ihrem Spiel, wo man eigentlich sagen könnte, wenn man sich das zwei Minuten anguckt, man sieht sofort, dass es auseinanderbricht. Aber ja, könnte ich mir, vielleicht, es gibt sogar, passiert sogar, dass sie ja wirklich wieder zurückkommen und sagen, hier, wir bauen an The Day Before weiter. Wir machen jetzt irgendwie, wir haben das Spiel nicht aufgegeben. Ich würde es nicht ganz abschreiben, dass das so passieren könnte, aber ich hätte ehrlich gesagt auch erwartet, dass sie eines mal untertauchen. Mal gucken, vielleicht haben sie jetzt auch durch die Berichte, fühlen sie sich auch nochmal genötigt, sich zu äußern. Könnte ich mir durchaus auch vorstellen, weil sie glaube ich schon sehr an ihrem Bild hängen, dass sie was Gutes gemacht haben oder was Gutes machen wollten und dass sie unfair behandelt wurden von der Welt. Ich glaube, das ist noch sehr tief in ihnen verankert, deswegen könnte ich mir durchaus auch vorstellen, dass sie sich nochmal äußern wollen. Aber ich frage mich halt, ob sie eine Fläche geboten bekommen, wo sie ihre, ihr Bild darstellen können, ohne unterbrochen zu werden quasi und also vor die Tatsachen gestellt werden. Könnte ich sagen, es war alles fake. Es ist alles fake. Alles Schlechtes, was ihr jetzt gehört habt, das stimmt so nicht und die Quellen, mit denen wir gesprochen haben, das ist nicht, das kann nicht sein, die kennen wir nicht, diese Person, wir kennen diese Erlebnisse, die dort beschrieben werden, sind uns nicht bekannt, diese Chatnachrichten sind gefakt oder so, das können wir natürlich alles sagen. Das ist natürlich möglich und das wäre auch nicht das erste Mal, glaube ich, dass sowas passiert in der Richtung. Aber ich glaube, das wäre schon, wenn sie ein bisschen darüber nachdenken, wäre das schon gleich die schlechtmöglichste Strategie. Aber ich möchte es nicht ganz ausschließen, dass das passiert. Also jetzt gerade nach diesem Statement. Also nach diesem Statement klingt das als wäre genau das der Plan, oder? Dass man jetzt irgendwie sich vielleicht auch irgendwie, vielleicht haben sie sich irgendwie strategisch überlegt, okay, es gibt ja keine schlechte Publicity, wenn wir uns jetzt komplett obskur zurückziehen, so wie Sebastian spekuliert hat, dass es schlau wäre, klar, dann werden wir nicht negativ mit uns in Verbindung auch mit Day Before. Wir haben auch diese ganze krasse Aufmerksamkeit nicht mehr. Wohingegen, schaut mal, die Day Before-Macher wollen es noch mal wissen, dann doch irgendwie eine Story ist erst mal. Und man würde irgendwie auf dieses neue Spiel schauen. Selbst wenn es nur ist, ich erwarte einen Trainwreck. Und wenn man dann noch irgendwie, weißt du, in dieser Delusion gefangen ist, oder vielleicht sogar der ernsten Überzeugung, diesmal kriegen wir es richtig hin, weißt du, vielleicht auch irgendwie, jetzt kommt die Gotovcev's Redemption Story oder sowas. Und dafür müssen die Leute ja wissen, dass das immer noch fantastisch ist. Das beste Entwicklerstudio der Welt. Das jetzt endlich mal hier, nachdem es von der Welt unfair gebeutelt wurde. Sebastian, warum schülst du den Kopf auf meiner tollen, realistischen, glaubwürdigen Hypothese, die ich hier in den Raum stelle? Das Schlimme ist, es ist wirklich glaubwürdig. Wer weiß. Also bei denen, jetzt ist alles möglich, aber es wäre einfach nur ganz, ganz großer Schwachsinn. Aber absolut, ich finde das Szenario interessant. Lass mal, wenn es wirklich was gibt und die, weiß ich nicht, dann wieder um die Ecke kommen und das nächste Spiel ankündigen, dann möchte ich bitte einen Livestream, Live-React mit Popcorn mit euch. Ja, 100, 100 Prozent. Oder wenn das große Gotovcev-Tell-all-Interview irgendwie rauskommt und sie dann erzählen, was eigentlich Sache ist, weil dann werdet ihr vielleicht auch erwähnt werden. Da waren diese zwei Deutschen, die haben den Hasstrain nochmal geritten und haben mit all diesen Dissidenten gesprochen, den Verrätern, die den guten Fantastic-Namen in den Dreck ziehen wollten, nur weil wir sie gefeuert und 2000 Euro am Strafe zahlen lassen. Ja, mal gucken. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich wage keine Prognose mehr zu machen, aber ich finde jede Richtung, die hier gerade erwähnt wurde, ist durchaus realistisch. Ich habe auch den Eindruck. Gibt es eigentlich irgendwelche Fragen aus dem Chat noch zu der Recherche? Das ist eine gute Frage. Ich wollte den Chat gerade fragen, was ihre schlimmste Spekulation wäre, weil ich den Chat, ich befeuere gern die schreckliche Fantasie des Chats, aber sehr gerne, wenn es noch Fragen gibt, haut auf jeden Fall raus und ansonsten auch von euch natürlich, wenn es noch irgendwelche besonderen Titbits vielleicht gibt, die ihr gerne erzählen wollt, bestimmte ... Ich habe ja versucht, es hier so einigermaßen thematisch, chronologisch durchzugehen. Eine Sache, die ich hier im Chat gerade habe, wir haben es jetzt hier noch gar nicht angesprochen, die Gameplay-Trailer ... Ah, nee, das Gameplay war alles Fake, war, glaube ich, darauf bezogen, dass sie dann ja auch argumentieren müssten, alles, was die Leute gestreamt haben, zu Release und so, wäre Fake. Die ganzen Bugs, die Leute gesehen haben im Spiel. Aber was ihr ja auch rausgefunden hattet, dass die Gameplay-Trailer waren Fake. Das war ein eigener Bild, der nur für Trailer gebaut war. Wie soll das Mobile-Gale heißen, fragt jemand. Das wissen wir auch noch. So Wild 9. Wie lange musst du dir recherchieren für diese Information? Das hattet ihr schon gesagt. Also Martin, bei dir war es so ein Monat, eineinhalb ... Vier, fünf Wochen, ja. Wie war es bei dir? Ja, es müsste ungefähr sich im gleichen Rahmen bewegt haben. Es ist immer so ein bisschen schwierig im Nachhinein zu sagen, weil das dann so verästelt ist. Also man macht das schon viel nebenbei. Dann gibt es eine Zeit, wo man sich hauptsächlich um das Thema kümmert. Und da dann wirklich zu sagen, keine Ahnung, wann genau was angefangen hat und wie lange ich jetzt für welchen Schritt der Recherche gebraucht habe, ist immer ein bisschen schwierig. Aber ich finde, irgendwas so zwischen ein und zwei Monaten Recherchezeit sehr realistisch. Mhm. Wird noch gefragt, ob wir in Deutschland die einzigen waren, die so eine Recherche betrieben haben. Nein, es gibt auf jeden Fall noch eine belarussische Recherche. Aber sonst gab es gar nicht so viel. In interessanter Weise, wenn man eigentlich hätte meinen können, da gibt es großes internationales Interesse auch daran. Aber ich glaube, ich hatte auch, ich habe auch so ein paar YouTube-Kommentare waren so ein bisschen so, ja, pfeift doch drauf, das ist abgeschrieben, das Thema. Wir wissen doch jetzt alle, dass das ein Scam war. was ich ein bisschen schade fand, weil ich es immer noch dann sehr interessant finde, genau wie es dann zu sowas gekommen ist. Aber ich glaube, es gab zum Teil auch so ein bisschen, okay, das ist so oft offensichtlich gecrashed. Was will man dazu noch rausfinden, außer es war ein kompletter Scam? Und das war ja auch das Thema sehr omnipräsent, glaube ich, um den Dezember rum. Da ist man ja gar nicht dem entkommen sozusagen. Und da kann ich die Reaktion ein kleines Stück schon nachvollziehen. Man sagt, jetzt muss es auch erstmal gut sein. Oder soll jetzt das nächste Spiel kommen oder so. Aber ja, das kann ich mir vorstellen, dass das auch ein Grund gewesen sein könnte. Habt ihr noch weitere Fragen, lieber Chad? Was wir, was ist noch, müsstet ihr für die Recherche wie reisen oder geht es alles online? Das war online alles. Aber ihr habt auch mit Leuten in Person, also über Zoom und sowas geredet. Genau, genau. Da hatte ich auch tatkräftige Unterstützung mit von einem guten Freund. Auch nochmal Shoutout an Ilja. der hat mir sehr, sehr geholfen, weil er kann fließend Russisch sprechen. Und das war tatsächlich auch ein großer Vertrauensbonus, glaube ich, für einige Leute dann oder gerade für eine Person, mit der ich da gesprochen habe, dass ich da jemanden neben mir hatte, der dann, wenn er nach Worten gesucht hat im Englischen, dann jemanden hatte, mit dem er sich in seiner Muttersprache unterhalten konnte. Und so war dann auch dieses persönliche Gespräch sehr gut möglich. Aber ich weiß, dass bei Sebastian gab es schon ein bisschen kurz die Überlegung, ob man da im familiären Kreis, ob man da irgendwo hinfahren könnte, um nochmal ein bisschen was herauszufinden. Ja, genau. Meine Freundin stammt aus Kasachstan und hat dahin noch eben Beziehungen, weil der leibliche Vater da noch wohnt, tatsächlich. Ah. Und da hatten wir halt geschaut, dadurch, dass auch in Kasachstan eine Niederlassung von Fantastic vermeintlich bestand. Ob wir ihn da nicht vorbeischauen lassen, aber stellt sich halt heraus, dass Kasachstan ein recht großes Land ist und ich weiß gar nicht mehr, was die letztendliche Fahrzeit gewesen wäre. Sechs Stunden oder so, hast du, glaube ich, gesagt. Ja, es gab es. Das Problem ist, es gibt auch zwei unterschiedliche Adressen, die in Kasachstan gemeldet sind. Das eine ist ja nur die juristische und das andere ist eben der Standort des Büros. Und ich hatte im ersten Moment auch mich verschaut und habe die juristische Adresse nur im Kopf gehabt. Die wäre fast erreichbar gewesen und die andere war, glaube ich, nochmal zwölf Stunden oder sowas Fahrzeit. Deshalb hat es da leider nicht ganz geklappt. Aber das ist sicherlich auch was, was nochmal wahrscheinlich so eine Recherche nochmal aufgewertet hat auf jeden Fall. Aber das sind auch immer die Möglichkeiten, die dann sich irgendwann zur Neige richten oder dass man dann einfach dann irgendwann sagen muss, okay, hier ist hier Schluss. Weil man tendiert ja dann so schnell irgendwie alles aufzunehmen. Und das wurde natürlich am Ende, hätte es vielleicht auch was gebracht, aber da muss man dann wahrscheinlich einfach sagen, ja, okay, das können wir leider nicht machen, uns das anschauen. Gerade auch, weil es in dem Fall, es war ja auch in Remote Studios gab es zwar mal dieses eine Büro, was Fantastic hatte, bevor sie sie The Day Before oder dann während The Day Before sind sie dann zu einem Remote Studio geworden. Aber bis dahin ein sehr kleines Büro. Das hätte man durchaus einmal besuchen können. Vielleicht hätte man auch nochmal ein paar Leute dort gefunden, die auch mit dem zusammengearbeitet haben. Aber ja, das war jetzt dann im Rahmen des Artikels und des Videos jetzt so nicht möglich, da noch hinzufahren. Aber das wäre vielleicht mal was für die Zukunft irgendwann mal. Das würde ich ganz abschreiben. Es wird noch gefragt, welche Möglichkeiten hattet ihr, die Dinge, die euch gesagt wurden, nachzuprüfen? Ja, das ist dann immer, gerade bei solchen Geschichten muss man ja dann, weil natürlich das oft Meinungsaussagen sind oder ich habe das erlebt, das behauptet Quelle 1 und dann muss man halt verschiedene Quellen finden, die das ähnlich oder das gleiche genauso erlebt haben oder sich hier gerade bei solchen Geschichten, wo man einfach mal so ganz blau fragt, hey, wie war deine Zeit bei Fantastic und CD bevor, wie hast du die Entwicklung erlebt? Möglichst offen fragen, damit sie dann noch alles erzählen können und dann im Detail nochmal nachfragen. Aber da hört man natürlich ganz, ganz viel und dann muss man am Ende natürlich dann irgendwie den roten Faden herausfinden. Wo gibt es Überschneidungen? Wo gibt es Quellen, die immer, immer wieder das Gleiche erzählen, die immer wieder erzählen, dass sie Überstunden gemacht haben, immer wieder, dass sie diese Launen von den Good-Stuff-Brüdern sich durchgesetzt haben, dass irgendwie, wenn sie das eine Spiel gespielt haben, dann so bitte das zu Day before jetzt machen und wenn jetzt das andere Spiel gespielt haben, jetzt macht es bitte jetzt wie Baldur's Gate, jetzt bitte wie Spider-Man 2. Wenn das sich immer wieder in allen Gesprächen zeigt, dann ist da schon was dabei und anders kann man da das fast nicht nachprüfen. Oder man hat, was in dem Fall noch dazugekommen ist, dann interne Chatnachrichten bekommen, die es auch nochmal zusätzlich unterstützt haben, diese These. Also man hat dann nicht nur mehrere Quellenaussagen, die das unterstützen, sondern halt auch noch mehr oder weniger schwarz auf weiß, dass dann diese Chatnachricht das auch nochmal bestätigt, dass es diese Handlungen, diese Aktionen der Gotofstags wirklich gegeben hat. Aber es ist natürlich am Ende ein ganz kleiner Prozentsatz, dass da noch mehr war oder dass es doch ein bisschen anders war, der bleibt natürlich. Das ist natürlich auch immer die große Schwierigkeit bei einer investigativen Recherche. Die eine Wahrheit haben wir auch schon gesagt, gibt es nicht und es ist natürlich auch schwierig trotzdem, wenn man sagt, diese eine Aussage, es gab diese 2000 Dollar Strafzahlung, ein kleiner Rest bleibt natürlich immer übrig, dass es könnte auch anders gewesen sein oder da fehlt irgendwie noch eine ganz wichtige Teilinformation, die man irgendwie braucht, um das besser einzuordnen. Damit muss man dann auch ein bisschen leben können oder man muss es auch auf jeden Fall kenntlich zeichnen und dann auch das nicht jedes Mal sagen, ja genau, so hundertprozentig war es, sondern unsere Quellen haben gesagt und wir haben einen Screenshot bekommen, der das belegt und der auch von mehreren Quellen so bestätigt wurde, dass dieser Screenshot echt ist. Das ist dann das Beste, was man machen kann, aber ja auch hundertprozentig ist nicht möglich. Ich fand ja die Screenshots auch insofern sehr interessant, dass sie auch nochmal irgendwie ein Bildnis der Persönlichkeit der Godzowskis irgendwie mitgezeichnet haben, weil diese Nachrichten regelrecht dement wirkten teilweise, so richtig mit All Caps und fünf Ausrufezeichen und so gar nicht. Ehrlich, wie du denkst, dass eine Firma, ein Firmenchef kommuniziert, we are fantastic, Ausrufe, 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 hat auch irgendwie nochmal manche Dinge einfach allein schon, also man darf ja nicht zu viel rein, allein durch die Art der Kommunikation irgendwie bestätigt, dass da wohl, okay, bisschen sonderbar war das wohl, aller mindestens. Oder für einige Leute dann eben sehr motivierend auch, wenn man so einen Chef hat, der irgendwie halt nicht ganz professionell vielleicht handelt, aber dafür sehr emotional reagiert, das kann ja auch für einige sehr positiv sein. Deswegen aber, dass das dann auch, dass ja auch eine Aussage war, die häufiger getätigt wird über die beiden, das unterstützt natürlich dann wieder auch solche Chatnachrichten, die dann auch genauso geschrieben sind, wie man dann diese, Geschichten klingen und dann kann man schon sehr stark davon ausgehen, okay, dahinter ist was. Obwohl ich auch sagen muss, dass mir sehr oft in Gesprächen erzählt wurde, dass die Guthoffzevs nicht wussten, wie man Kritik äußert. Also wenn ihnen etwas nicht gefallen hat, dann konnten sie dir nicht sagen anscheinend, okay, was war denn jetzt der Grund, weshalb es denen missfallen hat. Also ich habe einen Auszug bekommen, der aber in dem Sinne auch jetzt nicht, ja, irgendwie wie schön in diesen Beitrag hätte reingepasst, aber wo einfach nur der Eisen-Guthoffzev, der andere Bruder, mit einem Kot-Smiley reagiert hat, wenn er irgendwas gezeigt bekommen hat. Und das war's. Damit mussten dann die Leute arbeiten. Also das sind halt auch so Sachen, wo du denkst, dass auf der einen Seite Motivationssprachen, auf der anderen Seite sowas, womit man halt nicht arbeiten kann. Das kann natürlich auch im Endeffekt auch gut funktionieren, manchmal natürlich auch, weil ich hatte auch mal zu Gothic eine Recherche gemacht, wie diese Spiele entstanden sind und da wurde mir auch ganz häufig gesagt, dass der Mike Hoge, der Lead-Designer des Spiels, dass sein höchstes Kompliment, was er machen konnte, wenn ihm was gefallen hat von dir, dann war es nicht ganz so scheiße. Das war so das, sein Standard-Spruch und auch Kompliment und damit kannst du eigentlich ja auch gar nichts anfangen. Aber das hat den Leuten tatsächlich ja total gefallen, weil die fanden irgendwie diese Art und Weise der Kommunikation total offen und ehrlich irgendwie und haben das irgendwie total cool gefunden. Und da hat das funktioniert. Da hätte vielleicht auch ein Kot-Smiley, hätte vielleicht eine Version gegeben, wo das funktioniert hätte, aber das war dann sehr schnell deutlich, dass das die Leute hier auch einfach nicht wussten, weil was meinst du jetzt? Und die meiste Kritik, die dann war, macht es mal einfach so wie dieses eine erfolgreiche Spiel. Das ist natürlich auch, das ist ja auch keine Form der Kritik oder Verbesserung. Ich meine, kennt man ja, blödes Klick, auch von größeren Entwicklern, also dieses Trend-Chasing auch so ein wenig, aber in schon sehr überzogener Form, weil die Frage im Chat kam auch nach den Asset-Flips. Und da habt ihr ja ein bisschen gehört, das lag zum Teil auch daran, dass die so oft wollten, dass die Stadt neu designt wird, weil jetzt haben wir gerade mal Spider-Man gespielt, jetzt wollen wir, dass die da so aussieht, dass das Team nicht hinterher kam, ohne sich Assets im Store zu bedienen. Aber da meint ihr die auch, haben sie auch den Entwickler ein bisschen Paroli gegeben, dass sie gesagt haben, es war jetzt nicht so, dass wir nur quasi geklaut haben oder Asset-Flip ist ja kein Klauen, aber dass wir da auch selber doch Dinge gemacht haben. Also da haben sich dann, glaube ich, also war viel auch, glaube ich, zumindest hat es so angeführt, ein bisschen auf den Schlips getreten geführt, wenn man ihn das so hingeworfen hat, war das jetzt ein Asset-Flip, weil da doch auch viele Artists, 3D-Artists, und ich glaube auch, sagen zu können, dass das Entwicklerteam von Fantastic irgendwie einen sehr großen Überhang an 3D-Artists hatte, also die hatten sehr wenig Programmierer und sehr, sehr viele 3D- und 2D-Artists. Ich möchte mich nicht ganz äußern, also ich kann nicht ganz einschätzen, ob das so ganz normal ist für diese Form der Entwicklung, aber mir erscheint, dass es ein bisschen zu viel war und fast schon. Deswegen, die haben auf jeden Fall sehr viel erstellt, was man auch dann auf Artstation gesehen hat, auf der Webseite. Und auch gerade, ich hatte auch von einer Quelle gehört, dass das Spiel an sich 500 Gigabyte groß wäre, wenn man alles nehmen würde, was man erstellt hat. Das ist ja auch nicht das Spiel. Ich meine, das ist auch bei vielen Spielen auch so sein, dass natürlich das Grund wesentlich mehr ist, als was im letzten Spiel handelt. Aber auf jeden Fall haben eigentlich alle 3D-Leute, mit denen ich gesprochen habe, gesagt, ja, wir haben sehr, sehr viel selbst erstellt oder ganz, ganz stark modifiziert. Weil es ist nicht so, man kann jetzt einfach sich was kaufen und dann klickt man zwei, drei Sachen und dann plupp ist es im Spiel und es funktioniert. Also es ist auch nicht so einfach, wirklich ein Asset-Flip dann wirklich auch zu machen. Da gehört auch sehr, sehr viel Arbeit rein, so ein Asset dann auch einzubauen. Deswegen ist das, diese Aussage muss man auf jeden Fall im Kontext sehen. Aber auf jeden Fall gab es natürlich trotzdem viele Assets, die verwendet wurden, weil es anders gar nicht möglich war. Ich kann mir übrigens auch vorstellen, dass der Überhang an 3D-Artists auch dafür da war, um eben diese ganzen Trailer möglichst gut aussehen zu lassen. Ja. Wir müssen ja da auch noch ein bisschen was tun. Ja, die unoptimierten Assets müssen natürlich auch erst mal erstellt werden. Du bist ein Zyniker, Sebastian. Aber ja, das stimmt. Da hat die Firma dann ihrer Strategie entsprechend Leute eingestellt. Ja, absolut möglich. Ja, ganz vielen Dank euch für die sehr tiefen Einblicke. Gibt es zum Schluss noch ein Fazit, dass ihr loswerden wollt zu dieser Recherche, zu dieser Geschichte, wie es weitergeht, was auch immer ich jetzt hier euch noch nicht gefragt habe. Sebastian. Vertraut keinen Trailern? Ist das die Moral der Geschichte? Ich weiß es nicht. Irgendwie eine Moral, die wir jetzt echt schon oft genug gelernt haben, eigentlich, oder? Das ist wahr. Nee, also ich finde bei solchen Geschichten immer, und das war ähnlich auch bei unserer Gollum-Recherche, dass es, ich finde es irgendwie immer wichtig, dass man nicht vergessen darf, so schlecht Spiele auch sind und so schlimm sie manchmal auch sind und so sehr man sich auch verschaukelt fühlt, man darf nicht vergessen, dass da in der Regel eben doch trotzdem Leute dahinter sind, die alles versuchen, was sie können, die da irgendwie eben nur Teil dieses Getriebes sind und so sehr man auch dazu verleitet ist, da drauf zu hauen und mit dem Finger auf Leute zu zeigen, da sind halt auch meistens Einzelschicksale dahinter, die ganz anders aussehen, als man vielleicht vermutet, nur wenn man das Spiel sich anschaut. Ich finde, das ist bei The Day Before die Moral der Geschichte für mich zumindest, dass ich eben schon finde, dass da Leute dahinter waren, die es halt nicht verdient haben, die Art und Weise, wie es jetzt ausgegangen ist, dass das persönlich auf die zurückgeführt wird. Das fände ich jetzt bei sowas immer recht wichtig. Kann ich so unterschreiben. Dann Martin, was ist dein Schlusswort? Hast du noch ein eigenes? Oder machst du ein? Halt, es geht. Ich möchte das gerne. Nein, du kannst jetzt auch nicht, ich habe jetzt innerhalb von zwei Stunden Podcast es endlich geschafft, dich und Sebastian korrekt auseinanderzuhalten. Du kannst jetzt nicht abschließen mit was er sagt, weil dann habe ich wieder das Problem. Ich bin so froh, dass du mich gerade als erstes gefragt hast. Wahrscheinlich wäre das gleiche Problem jetzt wie Martin. Nein. Das wäre aber auch eine schöne Metapher auf The Day Before, wenn ich jetzt einfach das wiederhole. Ich will doch von den Besten lernen. Like Aido. Nein, du kannst jetzt nicht sein Fazit Asset flippen. Ich erlaube es nicht. Ich laufe es nicht. Na gut, na gut. Also, was ich auf jeden Fall sagen will, dass niemand, glaube ich, kein Entwickler oder die aller, 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 allerwenigsten Entwickler wollen mit Absicht ein schlechtes Spiel entwickeln. Deswegen, das ist auf jeden Fall, glaube ich, auch bei The Day Before nicht der Fall gewesen, dass man hier mit Absicht das so gegen die Wand krachen lassen wollte. Und es ist auch die Frage, ich glaube, die hatte ich auch mal mit Sebastian länger besprochen, die Rolle der Medien dabei, ob denn die auch was dabei zu tun hatten, dass The Day Before überhaupt so groß wurde, dass überhaupt so viele Leute darauf aufmerksam wurden, dass es eben dieser Traum war von vielen, das ist endlich mal so ein großes MMO-Zombie-RPG mit Survival und Crafting und allem drum und dran. Das ist natürlich auch was den Medien viel gefällt, aber sie haben ja natürlich, wenn man es sich anschaut, eigentlich auch von Anfang an viele, also was ich zumindest gelesen, gehört und gesehen habe, auch immer kritisch hinterfragt, kann das wirklich echt sein? Seid bitte vorsichtig. Aber natürlich trotzdem haben sie ihren Anteil daran, dass das Spiel überhaupt so groß geworden ist. Und da ist wahrscheinlich, kann ich glaube ich trotzdem wie sich jeder Medienschaffende auch die Frage stellen, wie gehen wir in Zukunft mit solchen Dingen um? Wie können wir das vielleicht noch besser, transparenter, noch stärker hinterfragen? Solche Trailer, solche Videos, solche Entwicklerstudios, die viel versprechen und dann vielleicht wenig einhalten oder dann eben auch solche Geschichten produzieren. Das ist auf jeden Fall vielleicht auch was ein bisschen hängen bleibt, dass man da durchaus sich kritisch hinterfragen kann. Ich habe jetzt nicht direkt einen Punkt, wo ich sage, genau da muss man sich hinterfragen oder das hätte man besser machen können, weil eigentlich hat man es aus meiner Sicht schon größtenteils sehr gut gemacht und eigentlich jeder, der das verfolgt hat, wusste, dass es ein bisschen komisch ist, dieses ganze Spiel und was da vor sich geht. Aber trotzdem, die Medien hatten ihren Anteil daran, dass das Spiel so groß geworden ist und das kann man durchaus auch hinterfragen. Glaube ich, es ist absolut, ich finde es vor allem auch eine schwierige Gratwanderung, weil eure beiden Statements zusammengenommen ist ja so ein bisschen, trotzdem sind ja da möglicherweise Leute dahinter, die sich Mühe geben, was Cooles zu machen und es ist auch ein schwieriges Übergehen in die andere Richtung, dass du dann als Medienschaffender direkt reingehst mit so, das kann ja nur scheiße werden, guckt euch das doch mal an und dann hockt da vielleicht ein Entwickler, dass ich denke so, hä, ich weiß schon, ich gebe mir hier doch echt Mühe so. Gleichzeitig absolut richtig, wir alle, Medien, Spieler, Entwickler, Publisher, sollten nicht zu viel glauben. The Day Before ist, wie du sagst, finde ich ein interessantes Beispiel, wo ich das Gefühl habe, es ist irgendwie beides passiert. Es gab eine Menge kritische Berichterstattung auch darüber und trotzdem sehr viel Hype. Also ich glaube, da hatte man wirklich beides. Also ich glaube, man findet, man sucht genug, die sagen, okay, Achtung, Achtung und sowas, aber immer noch genug. Oh Leute, aber trotzdem, was, wenn's geil wird? So, ähm, schwierig. Es ist vor allen Dingen immer eine spannende Geschichte gewesen, egal wie du dich diesem Thema genährt hast, ob du jetzt begeistert warst von irgendwelchen Trailern oder von den Dingen, die im Hintergrund einfach super schief liefen, von der ganzen PR-Kampagne zu dieser Volunteering-Nummer, also so viele Sachen. Es war halt einfach auch spannend, Details zu hören. Und, ja, es ist schwierig, da dann zu sagen, ja, klar, das Thema lass ich liegen. Natürlich ist man an spannenden Geschichten interessiert und letztendlich hat das uns ja auch dazu bewogen, diese Recherche zu machen. Es ist schwierig, das abzuwägen. Das kommt ja auch noch dazu, klar, dass ja die ganzen Medienschaften, am Ende sind ja auch alles selbst Gamer, die halt auch drauf gucken und sagen, oh, interessant, ähm, was ist wohl dahinter. Ähm, also, ja, aber absolut richtig, eine weitere von vielen Lektionen, die uns zur Vorsicht mahnen im Gaming-Bereich, vielleicht lernen wir es irgendwann, ne, äh, das ist ... Wie optimistisch seid ihr, dass wir es irgendwann alle gemeinsam lernen? Mh, vorsichtig optimistisch. Ich glaube, ein paar weitere Days Before oder Day Before wird es noch geben, durchaus, kann ich mir vorstellen, aber ich glaube, ein kleines bisschen hat man schon jedes Mal dabei, aber ja, Was für ein drittspessimistisches Schlusswort, aber das ist doch wundervoll hier. Wenn ihr noch mehr von Martins zynischem Pessimismus lesen wollt, dann findet ihr den Artikel zu The Day Before bei GameStar Plus. Wenn ihr noch mehr von Martins, nein, Sebastians zynischem Pessimismus haben wollt, ja, dann ... Die Klammer. Könnt ihr auch noch das Game-Two-Video anschauen. Beide dröseln noch mal sehr interessant auf, was die beiden rausgefunden haben. Ich sag euch ganz vielen Dank fürs hier dabei sein, fürs, äh, noch mal detailliertere Aufdröseln eurer Erkenntnisse und sage euch allen vielen Dank fürs Hören und hoffe doch, dass ihr GameStar Talk, den GameStar-Podcast eigentlich alles, äh, abonniert in allen Feeds, Plattformen, Geräten, die ihr habt und Maurice Weber auf Twitch und YouTube könnt ihr auch noch folgen, wenn ihr eh schon dabei seid. Dankeschön fürs Zuhören, Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. fertility booster Switch, tAiG, 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 Bis zum nächsten Mal.